Ja, herzlich willkommen zur achten Episode, glaube ich, von Dreck und Gold, dem Podcast mit David Kozlowski und Adrian von Bauer. Guten Tag. Und wie immer sprechen wir heute über coole Filmnews der Woche und andere coole News, die uns aufgefallen sind. Wir empfehlen euch die coolsten Sachen, die wir gelesen und geguckt haben. In unserer Rubrik Dreck und Gold, in dem wir sagen, was wir gut und ganz schlecht finden. Ja, David empfiehlt das heute alles mit sexy, heiserer Stimme. Eigentlich spreche ich immer so. Nur ich stimme mich immer ein bisschen dumm und albern im Podcast, damit du besser dastehst eigentlich. Ja, und ich glaube, unsere Hauptattraktion heute ist, dass wir eine Liste gemacht haben. Jeder mit unseren Lieblingsfilmen des 21. Jahrhunderts orientiert an der Umfrage von der BBC. Dazu sagen wir dann später nochmal mehr. Genau. Und jetzt geht's los. Jo. Dann fangen wir doch jetzt mal an mit den News. Jawohl. Das muss eigentlich, ich bin gespannt, was da vorgekommen ist. Ich bin in den letzten Tagen so krank gewesen, dass ich mitbekommen habe, was es Neues gibt. Aber das ist vielleicht unser Überraschender. Legen wir mal los mit einem Doppel-Eintrag in unsere beliebte Rubrik TV-Serien, die auf Filmen basieren. Oh Gott, ja. Außerdem noch ein Eintrag in die Rubrik Vampir-Serien, die sind ja nicht erst seit gestern beliebt. Und zwar wird es eine Fernsehserie auf dem Sender CW, der ja so Teenie-Serien macht, basierend auf The Lost Boys. Hm. Kennst du wahrscheinlich. Klar kenne ich den. Von Joel Schumacher, 80er-Jahre-Film, Kiefer Sutherland. Ja, da geht es um eine Gruppe von Vampiren, rebellische Vampire, Punk-Vampire. Teenager, Punk-Vampire. Der war eigentlich ganz unterhaltsam immer. Da ist ja auch dieser junge Schauspieler, der immer in den ganzen 80er-Jahre-Film drin war. Corey Feldman oder der andere Corey? Nee, Corey Feldman, genau. Der war auch in The Lost Boys, wie gesagt, und Stand By Me und solche Sachen. Und mittlerweile versucht er immer noch, dem Ruhm hinterherzuhächeln. Vielleicht wird er auch in der Fernsehserie vorkommen. Weißt du mehr darüber? Könnte ich mir vorstellen. Also man weiß, glaube ich, ich vermute, dass es keine Fortsetzung in dem Sinne sein wird. Und der Produzent ist Rob Thomas, das ist der Creator von Veronica Mars und von iZombie zuletzt. Da kennt er sich auf jeden Fall mit mystischen, spirituellen und hyper-natürlichen Sachen aus. Ja, und die Frage ist dann noch so ein bisschen, wird das wie auch Veronica Mars und iZombie halt so ein sogenanntes Procedural-Element sein? Also so ein Krimi-Ding, die Vampire müssen jede Woche irgendeinen Fall lösen? Naja, eigentlich die Kids. Eigentlich die Kids, weil Lost Boys sind die Vampire ja nicht die Hauptfiguren, sondern die Kids, die da rein stolpern und die Vampire bekämpfen. Wobei einer, wird einer von denen nicht auch zum Vampir? Ich glaube, er wird Vampir. Und dann ist er dabei, aber versucht sie darum zu infiltrieren und irgendwie, ich weiß nicht genau, ob er gut oder schlecht sein soll. Ja, irgendwie sowas. Ja, aber das ist nicht der einzige Vampir-Film, der zu einer Serie werden soll. Es soll nämlich auch eine Serie geben, die basiert auf Let the Right One In oder wie das im Amerikanischen... Let the Right to Common In. Let the Right to Common In oder so ähnlich. Wir kennen kein Schwedisch, wie man hört. Und da gibt es ja schon das amerikanische Remake Let Me In. Das hat schon keinen interessiert eigentlich. Wobei ich von vielen in letzter Zeit höre, dass das eigentlich ganz gut sein soll, weil es andere Sachen macht als das Remake. Ich habe es gesehen. Es macht nicht genug anders, finde ich. Es ist doch im Großen und Ganzen das Gleiche und nicht ganz so clever. Schade. Es gibt so ein, zwei Szenen, die neu sind und wo man denkt, okay, das ist irgendwie ganz cool, da wurde was hinzugefügt, aber nicht wirklich. Und jetzt machen sie nochmal ein Remake, diesmal als TV-Serie. Es wird also auch keine Fortsetzung oder Prequel oder sonst was, sondern es wird nochmal die gleiche Story sein, auf irgendwie Serienlänge ausgebreitet. Weiß ich nicht, ob das cool ist. Von dem einen Autor von Teen Wolf. Meine Frage ist nur, Vampires are in this year? Irgendwie? Die sind doch schon seit, weiß ich nicht wann. Wobei ich erst gestern ein Video von Alpha-Wirson von einem Spiel gesehen habe, dass ich Vampir, also mit Y geschrieben, eine alte Schreibweise gesehen habe, wo du dann ein Vampir spielen wirst und dann eher Menschen aufessen musst. Und du musst die Fragen, ob du rein darfst in ihre Wohnung und so. Also scheint wohl wieder das Revival der Vampire zu sein. Brauche ich gar nicht die Fernsehserie. Von der Film war toll, der Originalfilm war schwer. Also die Lost Boys-Serie interessiert mich noch ein bisschen mehr. Ja, aber das ist dann auch wieder auf Nostalgie getrimmtes CW, weiß ich nicht. Im Grunde sind das mir zur Zeit echt zu viele Filme, die zu Fernsehserien werden. Dann gucken wir doch mal in die Superhelden-Ecke. Ja, der Regisseur von dem neuen DC-Film Justice League Dark ist, äh, boah, bin ich heißer. Noch mal von vorne. Es wurde angekündigt, dass es einen neuen Justice League-Film geben wird und zwar nicht den eigentlichen Justice League-Film, der nächstes Jahr kommt mit Superman und Batman, sondern Justice League Dark. Also die dunklen, die dunkle Gerechtigkeits-Liga. Und da ist jetzt ein Regisseur gekommen, der das machen wird. Und der Gleimann, der zuletzt Edge of Tomorrow gemacht hat. Ja. Der Film, dessen Titel einem nichts sagt. Das ist dieser Zeitreise. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Live-Die-Repeat. Live-Die-Repeat. Ich glaube, das haben sie dann auf der DVD-Hülle geändert, den Titel quasi. Erfolgreicher Edge-Film, der Gleimann, hat der nicht auch einen der Bourne-Filme gemacht? Den ersten. Den ersten, bevor Paul Greengrass das übernommen hat. Äh, außerdem... Mr. and Mrs. Smith. Genau. Ja. Go. Also er hat, er macht, also es ist nicht so ein Regisseur, dem man irgendwie so einen sehr starken eigenen Stil zuordnet. Aber er ist sehr temporeich. Aber er macht eigentlich immer sehr solide Filme. Mhm. Also, ja. Der sollte eigentlich den neuen X-Men-Spin-off Gambit machen. Ist dann abgesprungen, stimmt. Da sind ja schon diverse Regisseure abgesprungen. Jenny Tatum ist immer noch an Bord. Der ist irgendwie der Einzige, der diesen Film möchte. Oh Mann. Hoffentlich wird das so eine Deadpool-Geschichte, dass der daran testet und das so cool findet. Und dann am Ende doch noch cool wird, ja. Deadpool eigentlich nicht eher, Quatsch, Gambit ist jetzt nicht so die spannendste Figur als eigentlich. Ja. Ja. Das ist ein wandelndes Klischee mit Kartentricks. Wie so Südstaaten-X-Men mit der Kartentricks-Matt. Zurück zum Thema, wer sind denn eigentlich die Justice League Dark, die dunkle Gerechtigkeitsliga? Das ist, äh... Ich weiß, dass Konstantin dabei ist. Ja, genau. Der Detektiv, der die ganze Zeit raucht und mit Zombies und Monstern und Dämonen redet. Das ist halt so die mystische Version. Also, da sind keine von den normalen Justice League Helden drin, sondern das sind so ein bisschen mehr so die Horror- und Okkultismus-Helden. Ah, Deadman ist dabei. Satana ist drin. Das ist die mit dem Zauber-Kostüm. Ja. Die zaubert halt irgendwie, weiß ich nicht. Swamp Thing ist dabei. Ah, cool. Ja, das sind halt eigentlich eher so die Helden, die so aus dem Vertigo-Verlag ins DC-Universum gekommen sind. Ja. Also... Und das sollte lange Jahre lang Guillermo del Toro machen. Ah, das wäre natürlich irre gewesen. Also Swamp Thing von del Toro hätte ich ja einfach super gern gesehen. Das war lange der Plan. Der hat da lange dran gearbeitet. Okay. Es war, glaube ich, sogar seine Idee, da draußen einen Kinofilm zu machen. Und jetzt macht es Doug Liman, der ist halt schon To-Go-Rittische, ich glaube, mehr wollen sie vielleicht nicht ausgeben oder die Vision ist vielleicht auch nicht stark genug. Wobei, das ist halt so nach Suicide Squad, den wir immer noch nicht gesehen haben, noch in der Ecke düsterer und irgendwie brutaler. Genau, also man fragt so, sind denn die anderen Filme nicht dark genug, dass man jetzt noch die düstere Variante vom düsteren DC-Universum machen muss? Stimmt, eigentlich müsste man alle Filme, die sie bisher gemacht haben, mit dem Zutaten dark. Das ist dann very dark. Das ist das League, even darker. Der wird wahrscheinlich genauso wie alle anderen, nur jetzt ist die jetzt auch im Titel. Und sich keiner wundert, was das für ein Film ist. Ja, es gibt noch mehr Superhelden-News. Genau, die Shortlist für Captain Marvel, den 2009 erscheinenden Film ist entstanden. Da sind ein paar interessante Regisseurinnen bei, eigentlich nur. Ja, alles Regisseurinnen. Ich kenne sie alle vom Namen ehrlich nicht und das ist echt schade. Ich habe dann nachgeguckt, was sie alles so gemacht haben. Das weißt du vielleicht ein bisschen eher. Ja, ich kann eigentlich bei allen was dazu sagen. Also, Niki Karo ist ein Name, der hier steht. Ja, das ist die Regisseurin von Whale Rider. Das war vor... Oh, okay. Das ist ein toller Film. Das ist echt ein super Film. Das ist ein paar Jahre her. Neuseeländischer Film. Ja, ja, ja. Da haben wir das Mädchen... Die irgendwie, genau, so von den Maori... Ja, ja. Stimmt, der ist toll. Das ist ein super Film. Die hat seitdem so ein bisschen... Ja. Jetzt nicht so, nicht so ganz so irgendwie prestigeträchtige Filme gemacht. Also zuletzt irgendwie so einen Kevin Costner Sportfilm gemacht. McFarlane, USA. Genau. Aber Talent hat sie grundsätzlich schon... Das ist tatsächlich noch eine andere News, die ich mir auch noch gemerkt habe. Sie hat die Pilotfolge von einer neuen Netflix-Serie gemacht. Anne of Green Gables. Anne mit den grünen Haaren. Roten Haaren. Roten Haaren. Genau. Green Gables. Die Anime-Serie von dem letzten Ludwürmchen-Regisseur. Auch Isao Takahata. Die kennt man vielleicht noch. Da macht Netflix jetzt eine neue Version von. Und da hat sie die Regie geführt eben. Und jetzt ist sie im Rennen für Captain Marvel. Aber nicht die einzige. Nicht die einzige. Außer ihr ist auch noch dabei Rebecca Thomas. Die macht gerade den Little Mermaid-Film von Universal, über den wir letztens auch schon gesprochen haben. Ja, ja, ja. Die macht die. Den ursprünglich Sofia Coppola machen sollte. Dann Leslie Linker-Gladder ist noch im Rennen. Die kennt man vor allem als Fernsehregisseurin. Und die hat dutzende Folgen von The West Wing, von Gilmore Girls, von Homeland, Mad Men. Sie hat die Mad Men-Folge mit dem Rasenmäher gemacht. Oh. Wer Mad Men guckt, weiß, wovon ich spreche. Hautsch. Und außerdem noch dabei ist Lorene Scafaria. Die hat den Film Looking for a Friend at the End of the World gemacht. So eine romantische Comedy mit Keira Knightley und Steve Carroll. Führe ich noch nicht gesehen. Der war ganz nett. War ganz cool. Also wer ist denn deine Augen am höchsten? Also ich habe nicht von allen was gesehen. Den einzigen Spielfilm, wo du schwöre, sind die letzte und die erste, die wir genannt haben. Ja, ne ja, also Moment, Leslie Linker-Gladder hat auch Spielfilme gemacht. Die hat Band & Now gemacht in den 90ern. Das war irgendwie so ein Film. Ah, mit Mosi O'Donnell. Ja, genau. Ah, Kinder und dann sind sie als Kinderversion. Christina Ricci als Kinderversion. Oh, ja, ich erinnere mich. Ja. Okay, aber... Grundsätzlich ist es bei Marvel ja immer so, dass sie gerne Regisseure aus dem Fernsehbereich nehmen. Weil es ja schon sehr von den Produzenten getrieben ist, was die so machen. Ja, aber ich weiß auch warum Fernsehen, weil Fernsehen viel mehr Arbeitsstunden am Tag hinter sich zieht und das bei so einer Riesenproduktion wahrscheinlich jemanden braucht, der Nerven hat. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, klar. Und der halt nicht unbedingt, dem es nicht nur darum geht, seinen eigenen Stempel aufzudrücken, sondern der sich halt mit den Filmen, die da vorkommen und die danach kommen, anfreunden kann. Sollten wir vielleicht bestanden nochmal die Filme von den Mädels, den Damen gucken und vielleicht auch die Fernsehserien, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was Captain Marvel werden kann. Ja, es gibt noch zwei Regisseurinnen, die nicht mehr auf der Shortlist sind, die am Anfang noch drauf waren. Ah, okay. Nämlich Jennifer Kent, die The Barber Duck gemacht hat. Das war ein richtig cooler Horrorfilm letztes Jahr. Ja, der war super. Und Jennifer Yu, die Regisseurin von Kung Fu Panda 2 und 3. Wenn ich jetzt nicht so heiße wäre, würde ich den Barber Duck nachmachen. Das kann ich eigentlich ganz gut. Ich probiere es mal kurz. Barber Duck. 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 Damit ärgere ich immer. Ja, cool. Also, die hätte ich aber gerne gesehen, Jennifer Kent. Das wäre cool gewesen, aber... Starke Frauenhauptfigur und so und düsteres Szenario. Für Captain Marvel doch gar nicht so schlecht eigentlich. Ist auf jeden Fall interessant, dass sie nur Regisseurinnen haben. Aber das ist... Das war fast abzusehen, aber ich... Mittlerweile wäre es wahrscheinlich ein PR-Desaster, wenn sie es nicht so machen würden. Mich hätte interessiert, so eine Longlist zu sehen mit Leuten, die Männer sind, um dann zu sehen, dass sie halt die Männer geschlagen haben, letztendlich. Und das hoffentlich nicht nur Prestige ist, sondern eben auch, weil die Eltern auch was können. Ja, also ich denke, das sind grundsätzlich schon alles fähige Regisseureinnen. Man kennt halt von manchen von ihnen noch nicht so viel. Dann auch noch eine weitere Superhelden-News. Es sind auch Neuigkeiten herausgekommen, dass die Legion-Fernse-Serie, über die wir auch schon mal gesprochen haben, weil wir uns einen Trailer angeguckt haben, und die X-Men-Filme die gleiche Continuity haben sollen, also die gleiche Welt spielen werden. Und darauf folgend soll es noch einen weiteren Film geben, und zwar den Film New Mutants. Eine aus den 90ern bekannte Comics-Serie um junge Mutantinnen, Mutanten, so Teenager. Und da sind auch zwei Drehbuchautoren gefunden worden. Ein Drehbuchautor gefunden worden. Ein Regisseur. Das ist ein Regisseur? Ja. Das war ein Autor, habe ich auch gelesen. Ich meine, der ist auch der Autor, glaube ich. Ah, okay. Ja, der hat... Das ist Josh Boone. Josh Boone, der hat geschrieben, The Spectacular Now und The Fortin of the Stars. The Fortin of the Stars habe ich gesehen. Ich habe The Spectacular Now gesehen. Würdest du wahrscheinlich sagen, dass das von meiner Sicht und von deiner Sicht unterschätzte Filme sind? Also, The Spectacular Now ist auf jeden Fall ein super Film. The Fortin of the Stars ist auch ein super Film. Also, es geht nicht um die Thematik, sondern eher wie er die Kinder und die Teenager behandelt in den Filmen. Genau, es geht in beiden Filmen um Teenager. Schmerzen, Herzen und all so Sachen. Und der hat auf jeden Fall was drauf, ein Händchen dafür, die zu schreiben. Und dann, New Mutants ist halt ein Property, ein Eigentum, das sich um junge Mutanten und Teenager handelt. Bei den X-Men geht es ja eh ganz oft um so Teenager-Probleme. Um irgendwie... Klar, hat man am Anfang der ersten X-Filme ja mal gesehen mit Rogue. Und leider nicht mit Jubilee, dem letzten Film. Die durfte nur mal kurz ins Kino gehen und dann war sie nicht mehr dabei. Und da könnte zumindest was Cooles draus gemacht werden. Mhm. Eine andere Art, Film zu machen. Ja. Bleiben wir doch mal vielleicht noch bei gewissen Castings. Da sind auch zwei, drei interessante Sachen aufgetaucht. Einmal das jahrelang laufende Projekt von Alita Battle Angel, das jahrelang, glaube ich, James Cameron machen wollte. Ja, das war mal... Er hatte, glaube ich, die Wahl, ob er Battle Angel Alita oder Avatar macht. Und hat sich dann für Avatar entschieden. Das hätte ich mir anders überlegt. Aber gut. Aber hat sich eigentlich ein viel besserer Regisseur gefunden, und zwar Robert Rodriguez. Das ist doch kein besserer Regisseur. Für die Thematik, für das, was da gemacht wird, schon. Davon rede ich. Nee, nee, nee. Das ist ein besserer Regisseur für das Thema. Nee, für die nicht. Also das ist eine Manga-Verfilmung von so einem Cyberpunk-Manga. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne mir immer das Cover und das Artwork, was es dazu gab. Das ist doch eher ein Rodriguez-Film, das ist so ein halb nacktes Roboter-Mädchen rumläuft. Nee. Oder? Doch, nicht? Also ich meine, es geht um ein Roboter-Mädchen, aber es ist eigentlich voll James Camerons Welt. Hat das schon Roboter-Männer gemacht. Das ist doch gut jetzt. Da kann man die Finger davon lassen. Also Dark Angel war, glaube ich, sogar auch davon inspiriert, seine Serie, die Anfang der 2000er rauskam. Okay. Und genau, er wollte ewig lang diesen Manga eben verfilmen. Und jetzt hat Robert Rodriguez das Projekt übernommen, der früher ein paar ganz coole Filme gemacht hat. Er hat sich in letzter Zeit irgendwie nicht so richtig. Er hat sich halt ein bisschen eingeschlossen in sein Studio in Texas, wo eigentlich alles für sich alleine von seinem riesigen Green-Screen dreht. Dasselbe macht James Cameron auch. Aber der geht ja auch nach Australien dafür. Na, dann baut er da Green-Screens auf. Das sind dem gleichen Schlag die beiden Typen. Das sind Visionäre, die machen Filme mit Technik, die erweitert ist in 3D-Filme. Und mögen beide halbnackte Roboter-Mädchen. So, deswegen ist es ähnlich. Also lass den Mann in Ruhe. Robert Rodriguez ist ein cooler Typ. Aber die Neuigkeit ist auf jeden Fall, dass Christoph Waltz... Christoph Waltz heißt er. Christoph Waltz natürlich. Er ist Christoph Waltz, Mann. Ich bin so gewohnt, das auf Englisch zu hören mittlerweile. Du sagst ja auch nicht Brad Pete oder so. Keine Ahnung. Nee, er ist Christoph Waltz natürlich. Und er spielt den Erfinder, der die Hauptfigur Alita auf dem Schrottplatz findet und zusammenbaut. Interessanterweise daran, ich habe nur gelesen, dass der Erfinder kein... Bösewicht ist, kein schlechter Mensch. Und das ist für Christoph Waltz in den Jahren seit seinem Ruhm mit den Glorious Bastards. Er spielt mal eine Rolle, wo er jemanden guten spielt. Einer, der etwas erfindet und nett zu ihr ist. Ja, also die Vaterfigur. Das würde ich ihm wünschen, dass er dabei bleibt, was die Rolle dann entspricht. Weiß ich nicht, ich kenne jetzt den Langer nicht. Er sieht den sogar ein bisschen ähnlich, finde ich, wie er gezeichnet wird. Ist er dem auch ähnlich? Also ist er so ein Typ, den er spielen kann? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Ich meine, Christoph Waltz hat ein bisschen außerhalb von Tarantino-Filmen nicht so richtig interessante Rollen gehabt in den letzten Jahren. Green Hornet war leider auch nur nicht so doll. Also in Big Eyes war er noch ganz gut. Hat mir gut gefallen. Hat auch nicht so richtig herausgehalten. Aber noch Water for Elephants soll ganz gut gewesen sein. Zumindest er. Ja gut, aber schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Bleibt aber nicht das einzige Casting-Gerücht? Gerücht? Ja. Ja. Und zwar gab es... Na gut, das Gerücht ist fast mehr nur so ein Nebenaspekt dieser Story. Und zwar hat Ben Affleck gestern auf seinem Twitter so ein kleines Video gepostet. Und da hat man irgendwie gesehen, wie Deathstroke, das ist so ein Bösewicht aus dem Batman-Universum, irgendwie halt so ein bisschen rumgefuchtelt hat mit seiner Waffe. Und alle haben sich gefragt, hä? Was ist denn jetzt bewusst? Irgendwie ist das jetzt vom Justice League-Set? Ist Deathstroke irgendwie der überraschende zweite Schurke im Justice League-Film? Ja, war er nicht. Nee, Deathstroke wird der Hauptbösewicht in Ben Afflecks Batman-Film. Prima. Der in, weiß ich nicht, wie vielen Jahren kommt. Ja. Deathstroke ist halt so ein... Als wenn Deadpool nicht verrückt und irre gewesen wäre. Deadpool ist eigentlich nur die Parodie von Deathstroke. Die heißen sogar gleich im echten Leben heißt Deathstroke Slate Wilson und nicht Wade Wilson. Ja. Nerd-Alert hier. Und es gab halt ein Gerücht, wer den spielen soll. Es ist halt so ein Mercenary, so ein Killer, so ein Präzisionsschütze. Ähnlich wie Deadshot eigentlich. Eigentlich eine seltsame Wahl für den Hauptbösewicht vom ersten neuen Batman-Film, weil es eigentlich eher so ein sekundärer Bösewicht ist. Ich finde es ganz klug, weil er eben auch so ein Taktiker wie Batman ist. Und so ein, der eben auch... Man kennt Deathstroke eigentlich sogar auch aus der Serie Arrow. Ja genau, da war eine relativ große Figur. Und eigentlich ist es Arrow ja auch wie Batman. Und wenn man sich so ein bisschen in den Ark anguckt, das ist so rivalisierende Kampftechniken. Und vielleicht ist er ja auch nur der Einstieg für den Batman-Film. Also vielleicht wird es ja wahrscheinlich wieder ein Batman-Film mit mehreren Villains sein. Wobei, da sind sie ja immer auf die Nase gefallen, wenn es mehrere sind. Oftmals. Schauen wir mal. Das Castingerücht ist jedenfalls, dass die Figur von Joe Manganiello gespielt werden soll. Der aus True Blood, den Alcide gespielt hat. Ja. Den Wehrwolf in den Magic Mike-Filmen hat er auch mitgespielt. Mhm. Gucken wir mal. Der ist ein ganz cooler Typ. Ja, ist charismatisch. Ich frage mich, also was ich mich halt frage ist, warum Ben Affleck jetzt schon irgendwie Kameratests für den Bösewicht von den Batman-Filmen macht, der bestimmt nicht irgendwie vor 2019 oder so rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei Justice League irgendwie so eine Post-Credit-Szene gibt oder so. Ja, mit Sicherheit, ja. Kann schon sein, aber dann soll man eigentlich nicht so früh sich freuen oder hoffentlich ist die Reaktion darauf dann nicht so schlecht, dass man sich überhaupt nicht mehr auf den Batman-Film freuen kann oder so. Weiß man ja nicht. Man weiß auch nicht, ob das Casting so stimmt. Ja. Anderes interessantes Casting fand ich übrigens noch. Kennst du die Fernse-Serie Once Upon a Time? Darüber wollte ich gerade reden, ja. Hast du sie weitergeguckt bis zur aktuellen Staffel? Äh, nee. Ich schon. Also ich weiß noch, die ersten 15 Folgen, glaube ich, habe ich noch gesehen von der aktuellen. Und da geht es darum, dass die ganze Gruppe aus den Märchenfiguren nach Kamerat reist. Gerade Zeitreisen oder so. Ich weiß auch nicht mehr, wie das zusammenhängt. Ja, das mit den Märchen haben sie irgendwann aufgegeben, glaube ich. Dann kam plötzlich Cruella de Vil und weiß nicht was. Es wird wahnsinnig schlecht irgendwann. Und die letzte Staffel war auch nicht mehr so gut, dass ich sie weitergeguckt habe. Aber ich bin noch zu dem Punkt gekommen, in dem sie nach Kamerat kamen. Und unter König Arthus wird Kamerat ja regiert. Und der Schauspieler, der den spielt, Liam Garrigan, von dem ich bisher auch nichts kannte, außer eben diese Serie, wird im neuen Transformers-Film mitspielen. Ja, und zwar, ich glaube, wahrscheinlich guckt Michael Bay die Serie auch. Guckt gern ABC, ich habe dich inspirieren lassen. Du hast gedacht, okay, wir brauchen nämlich für Transformers, offensichtlich für einen Transformers-Film brauchen wir einen König Arthus. Naja, weil der Transformers-Film The Last Knight heißt. Und das wahrscheinlich irgendwas mit Roboterrittern zu tun hat. Oder vielleicht hat er auch bei Google König Arthus eingegeben und dann kam halt der Schauspieler, warum nicht? Und hat einfach ihn in seinem eigenen Film auch als König Arthus besetzt. Der selbe Schauspieler, die selbe Rolle. Ja, weil es in dem neuen Transformers-Film anscheinend so ein Zeitreise-Element gibt, dass Optimus Prime in die Zeit von König Arthus zurückreist. Um da irgendein außerirdisches Do-That zu finden. Gab es sowas schon mal, dass ein Typ dieselbe Rolle gespielt hat in einem anderen Film, unabhängig von irgendeiner Fortsetzung oder so? Wahrscheinlich schon. Ja, aber es ist extrem... Es ist vor allem so ein komisches Ding, dass es halt in so einer Fernsehserie spielt und an einem völlig unzusammenhängenden... Erkannt, das geil ist, wenn er die Serie währenddessen noch dreht und wenn er immer noch in der Serie ist, braucht er das Kostüm nicht wechseln. Er kann einfach direkt vom Fernsehset zum Filmset gehen. Muss ich nicht umziehen. Das spart also Zeit. Das ist für Liam auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ja, ich interessiere mich überhaupt nicht mehr für die Transformers-Filme. Ich habe die ersten beiden gesehen und beim zweiten ist schon ausgeschaltet eigentlich, weil er so verrückt und dumm geschnitten war. Ja. Dann habe ich einfach aufgehört, mich dafür um zu interessieren. Ich war eh ein Transformers-Fan. So richtig. Ich habe die alle geguckt. Spielzeuge gehabt, ja. Fernsehserien davon waren auch nur... Nee, ich habe nur die Filme geguckt. Ich finde, obwohl sie voll sind mit ganz schlimmen Sachen, mit ganz furchtbaren rassistischen und sexistischen Witzen und sind alle mindestens eine Stunde zu lang, aber sie haben doch dann immer wieder so Action-Szenen und Bilder, die mir dann genug Spaß machen, dass ich so finde, dass es gerade so eben lohnt, sich das einfach mal anzugucken. Ja, aber da gibt es auch mal andere Popcorn-Filme, die man sich das städtessen angucken kann, glaube ich. Ja. Warten wir mal ab, ob Michael Bayer der Film wieder wird. Das ist wieder das gleiche Team. Ich glaube, Mark Wahlberg spielt auch wieder mit. Okay. Warum nicht? Aber zumindest machen sie mal was Neues. Zumindest, was das Casting angeht. Ja, und was die Zeitperiode angeht. Und warten wir es ab. Warten wir es ab. So, machen wir doch noch eine News vielleicht. Und zwar machen wir vielleicht auch keine News mehr. Machen wir vielleicht auch keine News mehr. Sind wir schon durch mit den News? Eigentlich schon. Dann lassen wir das doch für heute sein. Dann gucken wir jetzt ein paar Trailer. Oh ja. Wenn ich ein bisschen die Klappe halten. Wir haben ja gerade schon über Batman gesprochen. Die düstere Version aus dem modernen DC-Film-Universum. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil davon. Und zwar ein Animationsfilm, der basiert ist auf der 1966er Batman-Fernsehserie. Mit Adam West und Bird Ward. Und die sprechen auch beide wieder ihre alten Figuren. Genau. Und da wurde jetzt ein Trailer-Release, den wir uns jetzt zusammen angucken. Ja. Batman Return of the Caped Crusaders. Holy, unholy Alliance! Our greatest foes have reunited... Let's go. To the Batmobile. Holy Animation Revival, Batman! Yo! Wenn Düsternis nicht hilft, dann scheinen wir ein Licht und zeigen albernen, verrückten Batman-Humor. Ich glaube, die Batman-Serie aus den 60ern war fast das Erste, was ich von Batman bis auf ein paar Comics so mitbekommen habe. Also es lief dann wahrscheinlich so in Wiederholungen, Kabel 1 oder was weiß ich, irgendein Fernsehsender. Comics hatte ich sicherlich auch, aber so das war... Den Film durfte man halt damals noch nicht sehen oder so. Ja, ja, genau. Oder so und dann war das glaube ich das Erste Batman, was ich gesehen habe. Also hast du dir Batman je so vorgestellt? Weil, also für die, die es nicht wissen, Batman ist hier nicht der dunkle, böse Ritter, sondern er ist ein... Der nette Onkel. Der nette Onkel, der einem Hinweise gibt, dass man nicht über die Straße laufen soll, um auf die Ampel zu gucken oder auf die Straße zu gucken und für sein Mündel Dick Grayson immer darauf achtet, dass er sich auch ja benimmt, ein sehr feiner Herr und er ihn aufnimmt und zusammen gegen ihn, gegen Verbrecher kämpft, ohne dass Blut fließt, ohne dass irgendwelche... Und statt, statt, statt sie sich dann, wenn sie sich schlagen, dass irgendwelche Soundwords auf dem Bildschirm erscheinen und das Paum, Zapp und Pomp macht. Das war, wenn man so eine sehr harmlose, aber dadurch auch sehr, sehr unterhaltsame Fernsehserie, was der alten Animationsfilm gemacht wurde. Genau, weil die Serie ist halt bis heute immer noch eine der beliebtesten Batman-Dinge. Also ich meine, die Fans der neueren Filme mögen sie vielleicht nicht so, aber so die ältere Generation ist da auf jeden Fall nach wie vor großer Fan der alten Serie. Die ist trotzdem sehr liebevoll gemacht. Ja, und sie nehmen eigentlich alles, was so in der Serie lustig war, jetzt in diesen Animationsfilmen mit, inklusive der Originalsprecher, zumindest die, die noch leben. Also ich glaube, Julie Neumar, die Catwoman gesprochen hat, ist dabei. Und eben Batman und Robin als Sprecher. Die anderen nicht mehr. Aber alle Bösewichte sind mit dabei. Der Joker, Riddler, Pinguin, Mr. Freeze. Ich weiß nicht, ob es den auch damals gab. Ich habe es nicht gesehen im Trailer. Das war der nicht vorher in der Serie. Aber alle anderen sind auf jeden Fall dabei. Das könnte sehr viel Spaß machen. Also ich finde auch, dass es von der Animation auch noch besser aussieht, als die meisten anderen DC-Animationsfilme, die man so kriegt. Also vor kurzem gab es ja eine Animation von The Killing Joke. Die fand ich irgendwie nicht so schick animiert. Nee, also das hat mich mehr hier an Bruce Timm's Sachen erinnert. Schon mit einem eigenen Stil. Aber Bruce Timm war jahrelang der Hauptverantwortliche für den Stil von der Batman Animated Serie aus den 90ern. Genau. Und ja, gucke ich mir gerne an. Nicht dabei. Okay. Dann gucken wir doch... Bleiben wir superheldisch. Wir gucken noch was superheldenhaftes. Aber wir gehen aus Gotham weg und nach Russland. Und schauen jetzt den Trailer für Guardians. Ich habe das seit einem halben Jahr erwartet. Es gibt keine Rückkehr. Für alle von uns. Unsere experimentale Laboration hat spezielle Gäste, um Ihre Leistung zu erhöhen. Wo ist meine? Nein! Nein! What the shit? Neben dem chinesischen Markt, über den wir ja öfters schon geredet haben, gibt es halt jetzt noch ein weiteres Land, das irgendwie ein sehr stark wachsendes Kilo-Publikum und ein sehr stark wachsendes finanzielles Potenzial hat. Und das auf Dauer vielleicht nicht nur die amerikanischen Superheldenfilme und so immer haben möchte, sondern ihre eigenen Action-Spektakel inszenieren wollen. Finde ich gut. Und das ist jetzt eben Russland und Ihre Antwort auf die Marvel- und DC-Filme. Durchaus. Wie wir wahrscheinlich im Westen nichts davon wissen, haben wir keine Ahnung, auf was das hier basiert. Der Trailer war jetzt in Englisch synchronisiert. Ja. Damit wir was verstehen, weil wir kein Russisch sprechen. Ich habe trotzdem nicht wirklich verstanden, worum es geht. Ich habe nur gesehen, da war ein Team von Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten, wird zusammengenommen. Wahrscheinlich von der Regierung, um eine große Bedrohung zu bekämpfen, von der ich gar nichts gesehen habe. Ich habe nur irgendwelche Militärpräsenz gesehen. Es geht halt viel kaputt und viele Gebäudestürze zusammen und so. In einem relativ schlechten CGI natürlich. Also stellenweise sieht es sehr gut aus, stellenweise nicht so. Nee, ist vielleicht noch im Entstehen begriffen, weiß man nicht. Auf jeden Fall, es hat so einen Look von, keine Ahnung, G.I. Joe, den man vielleicht kennt. So einen metallischen, grauen Look, wie sie halt mit vielen Special Effects und verschiedenen Waffen andere Gegner bekämpfen. Ein riesiger Bär taucht auf. Einer der Helden ist ein Mensch mit einem Bärenkopf und einem Maschinengewehr. Oder ein Bär mit einem Menschenkörper. Russisch kann man einen Superhelden nicht kreieren, oder? Also ein Bär, warum nun nicht? Ja, und dann noch so ein Mädel, dem irgendwie so unsichtbar kann. Und so ein Typ mit einer langen Kette. Und so ein Typ mit Klingen. Und dann hat man, glaube ich, das Team schütteln zusammen. Was sie genau machen, wissen wir nicht. Es sind auf jeden Fall die Beschützer, Guardians, die Rechter. Und irgendjemand macht viel kaputt. Ich glaube, Leute, die vielleicht aus Russland kommen oder die sich da auskennen, wissen vielleicht sogar, wo das ist. Wahrscheinlich ist es so ähnlich, als ob der Eifenturm irgendwo zusammenbricht. Ein riesiger Fernsehturm ist da auch zusammengebrochen und explodiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Moskau war. Schwer zu sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So inszeniert sah er ja ganz okay aus. Wahrscheinlich könnte er sogar ganz unterhaltsam sein. Sieht schon ganz gut gemacht aus. Allerdings, es gab vor einigen Jahren diese Nightwatch und Daywatch-Filme. Oh ja, von Timon. Bekarmeltov, der jetzt den Hör gemacht hat. Genau, der hat ja immer sehr visuell anspruchsvolle, tolle Filme gemacht. Genau, die haben auch sehr coole Trailer gehabt. Aber die Filme selber fand ich dann fast so ein bisschen verwirrend. Also den ersten mochte ich ganz gerne. Den zweiten habe ich überhaupt nicht verstanden und auch nicht gemocht. Den ersten fand ich immer ganz gut. Ja, und der Regisseur ist jetzt hier nicht bekannt. Wir wissen auch nichts darüber. Aber ja, es sieht so ein bisschen verrückt aus. Bisschen doch anders genug als jetzt das, was man aus einem amerikanischen Superheldenkino kennt. Wahrscheinlich. Und man kann auch froh sein, dass man mal einen anderen Hintergrund findet. Nicht immer New York wird zerstört und irgendein blauer Laser geht in die Luft oder so. Ja, vielleicht finden die vielleicht ihren eigenen blauen Laser. Ja, dann wird es ja dann rot. Genau. Dann gucken wir doch jetzt mal einen Trailer für eine Fernsehserie. Und zwar eine der wahrscheinlich am heißesten erwarteten Fernsehserien des Jahres. Wahnsinn. Oder monatelang, ein halbes Jahr lang verschoben, glaube ich sogar. Neue Drehs wurden gemacht. Die Serie Westworld, die auf einem Film aus den 60ern, 70ern basiert. Von Michael Crichton. Mit Joe Brinner. Gucken wir mal den Trailer zu der HBO-Serie Westworld. Ich bin in einem Trailer. Du bist in meinem Trailer. Ich habe jede Partie dieses Platz designiert. Es ist kein Themapark. Aber in der gesamten Welt. Du und alle, die du kennst, wurden gegratet, um die Werte zu gratifizieren. Die Menschen, die bezahlen, um deinem Welt zu besuchen. Also nicht vergessen. Sie sind nicht real. Kennst du den alten Westworld-Film? Ja, aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Also da geht es um einen Vergnügungspark in der Zukunft, der komplett so ein Western-Thema hat. Also man kann da hinreisen und das ist dann eben so eine Welt, die halt so ist wie so eine alte Western-Stadt. Aber alle Bewohner dieser Welt, also alle Cowboys und Indianer und Prostituierte und was auch immer, wenn sie so rumlaufen, sind halt Roboter. Ja, genau. Und irgendwann wird den Robotern bewusst, was sie sind. Ja, und sie rebellieren. Und sie rebellieren. Und die Besucher umzubringen. Und ihre Schöpfer. Das ist ja von Michael Crichton, der Jurassic Park gemacht hat. Das ist im Grunde storytechnisch so ein bisschen der Vorläufer von Jurassic Park. Klar. Der Vergnügungspark, wo die Attraktionen gegen die Besucher rebellieren. Wobei natürlich hier noch mehr die künstliche Intelligenz und das Menschlichkeitsein im Vorthema steht, was bei den Dinosauriern nicht so ist. Wobei die natürlich auch leben wollen, natürlich. Ja. Und jetzt eben das Remake als Serie. Natürlich auch wieder ein Film, der als Serie gemacht wird. Aber erst mal bei HBO, die natürlich für Qualitätsfernsehen bekannt sind. Und distanziert sich auch schon ein bisschen stärker vom Material. Ja. Also zumindest sehen wir, dass es anscheinend eine virtuelle Welt ist, so wie sie es aussieht, anstatt... Meinst du? Nee. Hatte ich das Gefühl? Oder es ist auf jeden Fall... Aber die Figuren sind schon Roboter. Man sieht ja teilweise, wie die zusammengesetzt werden. Ich dachte halt, es ist eine virtuelle Welt. Aber die stehen dann trotzdem irgendwo rum. Jedenfalls wird sich genauso beheimatet von Robotern, die auch nicht wissen, wer sie sind. Also so bleibt es gleich. Aber ich... Also die Besetzung ist auf jeden Fall der Hammer. Das ist absoluter Wahnsinn. Anthony Hopkins spielt einen der Erfinder. Ja. Der eine Menge schon mitbringt. Allein dafür... Also ich könnte dir eine ganze Serie leiten, dass er überhaupt in der Fernsehserie mitspielt. Muss einiges heißen, wenn er dann dabei ist. Ed Harris spielt den... Neil Gruner-Character. Also die Haupt-Cowboy-Figur aus dem Originalfilm. Evan Rachel Wood spielt eine weibliche... Wahrscheinlich die weibliche Hauptfigur. Ja. James Marsden, den man aus den X-Men-Filmen kennt, spielt einen Cowboy, der dann wahrscheinlich... Weiß nicht, ob das ein Besucher ist oder ob er auch ein Roboter ist. Ja, aber ich muss nicht so ganz klar... Anthony Newton habe ich noch gesehen. Jeffrey Wright. Jeffrey Wright aus dem James-Bond-Film unter anderem. Und eine Menge andere Leute, die man wahrscheinlich auch noch kennt. Weißt du, wer die Serie gemacht hat? Ja. J.J. Abrams ist dafür verantwortlich. J.J. Abrams ist einer der Produzenten und Jonathan Nolan ist der Hauptautor. Der Bruder von Christopher Nolan, der auch meine Lieblingsserie aus den letzten Jahren, Person of Interest, gemacht hat. Ja, und der für diverse Christopher Nolan... Drehbücher verantwortlich ist, ja. ...Filme, die Drehbücher geschrieben hat. Also, es sieht sehr beeindruckend aus. Hat natürlich dieselben Story im Moment wie wahrscheinlich der alte Film auch, dass die Roboter irgendwann rebellieren und einen Sinn versuchen zu finden, wo sie hier stecken. Ich glaube, die Roboter werden irgendwann, wenn sie merken, dass sie Roboter sind, irgendwie zurückgesetzt an ihren Ursprungszustand. So habe ich den Eindruck gehabt in dem Film. Es gibt am Ende noch eine sehr spannende Szene, wo sie dann fragt, erinnern Sie sich an mich? Und er sagt, nein, ich erinnere mich überhaupt nicht an sie. Kein bisschen. Ganz, ganz gruselig. Sieht sehr schön aus. Freue ich mich drauf, wenn das dann kommt. Ja. Ich hoffe, dass man das bei uns dann auch irgendwo sehen kann. Das ist ja bei HBO-Serien manchmal nicht so leicht. HBO-Serien laufen meistens auf Sky. Da haben die wohl einen Deal mit. Also da kann man, denke ich, ein Sky-Abo dann haben oder ähnlich. Vielleicht auch Amazon. Mal sehen. Gut, dann gucken wir doch noch einen Trailer. Ja, das ist dann der letzte für heute. Ja, und zwar auch eine... Also wir hatten ja letzte Woche, oder letzte Woche davor, hatten wir The Blair Witch. Ja. Eine Fortsetzung von einem sehr alten Film, der bei vielen beliebt war. Und dasselbe ist jetzt nochmal passiert in der Form von Rings. Ja. Das ist nämlich die zweite Fortsetzung zum Remake des japanischen Horrorfilms Ring. Ja, gucken wir doch mal, was die sich so einfallen haben lassen. Das ist dann, wenn sie kommt für mich. 7, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11 aktualisieren, das Prinzip. Warte mal, wir können ja nochmal von vorne anfangen. Der Original-Ring war halt oder der japanische Film und auch das Remake ging darum, dass eine Videokassette kursierte, auf der ein Film zu sehen war und wenn du diesen Film angeschaut hast, auf dem man mehrere verstörende Bilder sieht, die wild zusammengeschnitten sind, unter anderem ein Brunnen und ein Mädchen da rauskriegt. Und ein Pferd! Und ein Pferd! Gott, Erde! Wenn du das geguckt hast, das Video, dann stirbst du in sieben Tagen. Meistens hast du einen Anruf bekommen und dann du stirbst in sieben Tagen, sieben Tagen bist du tot. Und das haben sie jetzt auch nochmal gemacht und ich dachte, was kann man noch Neues daraus machen? Scheint aber eine Methode gefunden worden zu sein hier. Wird auch eine junge Frau, die ein YouTube-Video oder ein Video, das ihr per E-Mail geschickt wird, schaut und dann beginnt sie halt auch, den Horror zu durchstehen, in sieben Tagen zu sterben. Das passiert immer mehr auf so verschiedenen Bildschirms. Es gibt irgendwie dann so eine Szene im Flugzeug, wo auf jedem Monitor, an jedem Sitz dann dieses Video läuft. Oh man, das ist echt creepy, weil normalerweise warst du in einem Raum und einem Fernseher. Genau, du hattest die Videokassette und wer die Videokassette hatte, war in Gefahr und sonst halt eher nicht. Genau, und jetzt sind alle anscheinend in Gefahr. Das Internet sich verbreitet oder so. Ganz schlimm. Nicht, dass es irgendwann das neue Rickrollt wird. Oh nein! Jetzt hat mir jemand das Video geschickt, jetzt muss ich sterben. Es fügt aber noch was hinzu, was ich jetzt interessant finde, und zwar so ein Body-Horror-Element. Genau, so der Cronenberg. Das zieht innen heraus. Dass sie irgendwie so Mutationen durchmacht und dann irgendwie so ein langes Haarknäuel auskotzt, so Katzen-Style. Ihre Hände zusammenwachsen und solche Sachen. Also es scheint wieder alles sehr creepy und eklig zu sein. Und die Bilder waren auch sehr, sehr, sehr cool und verstörend. Ich bin, glaube ich... Ich meine, die Hauptfigur sieht für mich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen generisch aus. Ja. Also Naomi Watts war schon irgendwie eine sehr etablierte und gute Schauspielerin. Und jetzt ist es halt irgendwie so... Ich meine, ich weiß, ich kenne die Schauspieler nicht, weil ich sie sehr gut, aber auf den ersten Blick wirkt sie jetzt halt eher so wie die nächste Teenie-Horror-Film-Darstellerin, die man so kennt. Ja, klar, abwartend. Mindestens Suttis ist aber nicht die einzige Darsteller, die man sieht als anscheinend weiser alter Mann. Blinder alter Mann. Blinder! Der kann das Video nicht gucken. Nein, der heißt Vincent D'Onofrio. Ganz toller Schauspieler. Ja, der hat den... Full Metal Jacket. Genau, zuletzt hat er in Daredevil den... Kingpin gespielt. Kingpin gespielt. Ja, sehr beeindruckt. Jetzt ist er mal blind. Ja, genau. Warten wir gespannt darauf, was die Remakes und Fortsetzungen von beliebten Horrorfilmen aus den letzten 15 Jahren zu bieten haben. Da war ja einiges dabei. Ich kann mir vorstellen, dass der ganz gut wird. Ja, ich bin auf jeden Fall interessiert. Ja. Könnte auch ein Reinfall sein, aber so vom Trailer her sieht es ganz cool aus. Ja, und dann... Dann gehen wir jetzt zum nächsten Teil über. So. Herr Dreck. Herr Gold. Oder bin ich Herr Dreck und du Herr Gold? Das wissen wir nicht so genau. Aber vielleicht wechselt das von Woche zu Woche. Aber was wir wissen ist, was uns gefällt, was Dreck oder Gold ist. Und das ist unsere Kategorie, die wir jede Woche oder fast immer machen. Die so heißt wie wir. Die so heißt wie wir. Und damit legen wir jetzt los. Mit Dreck und Gold. Allerdings haben wir, glaube ich, beide nur Gold diese Woche. Ja, manchmal ist das so. Manchmal hat man einfach nichts, was einem nicht so gut gefällt oder so. Oder dann war man doch überrascht von etwas. Kann man sich eigentlich auch freuen. Genau. Erzähl doch mal, worauf du dich so gefreut hast. Ja, also bei mir. Wir haben ja letzte Woche über das Fantasy Film Fest gesprochen. Über die beiden Filme, die wir zusammen gesehen haben. Ich habe jetzt noch zwei Filme ohne dich geguckt. Ja, ich wollte eigentlich mitkommen, aber dann war ich noch nicht so begeistert. Aber ich hätte es wohl machen sollen. Ja, also zumindest beim zweiten. Okay, erzähl doch mal. Warte klar. Genau, ich habe nämlich so eine Art Double Feature gesehen. Also zwar an zwei verschiedenen Tagen. Aber es sind zwei Filme vom gleichen Regisseur. Und zwar von Yeon Sang-ho. Yay, das ist richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich. Das werden uns Koreaner sagen können. Hoffentlich, ja. Das ist ein koreanischer Regisseur, der bisher vor allem Animationsfilme gemacht hat. Oder eigentlich ausschließlich Animationsfilme gemacht hat. King of Pigs war so sein größter Erfolg. Bisher habe ich auch nicht gesehen. Der hat jetzt gleich zwei Filme beim Fantasy Film Fest gehabt. Der eine heißt Soul Station. Das ist ein Animationsfilm. Und der ist das Prequel zum Film Train to Busan. Der auch in Kang schon lief. Und das sind beides Zombie-Filme, die in Korea spielen. Und das war ziemlich cool. Bei Soul Station am Anfang, also das war halt der, der zuerst lief, weil er auch irgendwie einen Tag vor dem anderen spielt, von der Handlung her. Da geht es halt so darum, wie die Zombie-Seuche langsam in Seoul, in Korea ausbricht. Es geht um verschiedene Figuren. Es geht um so Obdachlose. Es geht um so ein junges Mädchen, das von zu Hause abgehauen ist. Und ihr Freund, der sie sucht, während eben überall so die Zombies anfangen, die Stadt zu übernehmen. So für die erste, also es ist ein anderthalbstündiger Film. Und ich glaube, fast für die erste Stunde lang ist es so ein relativ standardmäßiges Zombie-Ausbruchsszenario. Es sieht ganz schick aus, weil es halt diese Animationstechnik ist, zwar so ein bisschen, fast ein bisschen billig animiert. Also es sieht aus wie handgezeichnet, aber es sind glaube ich doch 3D-Modelle, die dann halt so flach gerendert sind. Und dadurch, das kann ganz cool sein, aber dadurch sehen die halt so ein bisschen steif aus. Oh, okay, ja. Und also als Standbilder sieht das alles total cool aus, aber wenn die Figuren sich dann bewegen, dann ist es so ein bisschen Computerspiel-Optik. Okay. Das fand ich so ein bisschen, naja, okay, einerseits coole Bilder, andererseits so ein bisschen stockend. Und die Story ist auch so ein bisschen standardmäßig. Es ist halt, ja, Zombie-Seuche bricht aus. Klar, wie immer. Man kennt es irgendwie schon. Ja, ja. Aber so gegen Ende wird es dann doch sehr, es wird sehr düster. Okay. Was heißt düster? Und es passieren halt so Sachen, die relativ krass sind, wo man sagt, so okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also einfach so Twists innerhalb der Handlung, die jetzt gar nicht unbedingt mit den übernatürlichen Sachen zu tun haben, sondern eher mit den Figuren. Aber das ist doch immer so bei Zombie-Filmen. Da geht es mehr um die Menschen und um die Idioten da dabei. Aber da kommt was vor, was man halt auch noch nicht so gesehen hat. Ja, ja, schon. Okay, cool. Fand ich schon. Und es geht so ein bisschen um die politische Dimension. Man sieht so, wie das Militär darauf reagiert und irgendwie dann gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Oh, krass. Und ich meine, ich kenne mich mit koreanischer Politik jetzt nicht so aus. Naja, nee, aber wenn eine Regierung mich im Stich lässt, das ist schon eindeutig. Da kann ich halt nicht so genau sagen, wie viel davon jetzt ein exakter Kommentar ist. Aber gerade so diese Obdachlosen-Figuren und so und wie dann die halt ignoriert werden. Oh, okay. Obdachlose. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also so gegen Ende fand ich den dann richtig cool. Und hab dann gedacht, okay, dann gucke ich mir jetzt doch den Folgefilm auch noch an. Ja. Und den fand ich dann richtig cool. Okay. Also der spielt größtenteils in einem Zug. Ja. Das erinnert irgendwie an Snowpiercer. Oh, ja. Wo sie halt sich durch den Zug kämpfen müssen, der halt größtenteils von Zombies überrannt ist. Aha. Also die Hauptfiguren sind halt so ein Vater mit seiner kleinen Tochter, die halt mit diesem Zug von Seoul nach Busan, das glaube ich im Süden von Korea liegt, fahren, um die Mutter von der Tochter zu besuchen. Und halt noch so andere Figuren, die in diesem Zug sind. Ja. Und was sie sich alles einfallen lassen, was man innerhalb dieser Zugwaggons für an Action-Szenen mit Zombies inszenieren kann. Also da spielen sie jedes Szenario durch. Okay. Ist richtig cool inszeniert. Hm. Richtig rasant, richtig coole Action. Und auch sehr emotional. Also die Figuren sind richtig, richtig stark gezeichnet und gut gespielt. Es ist so ein bisschen, fast ein bisschen flach manchmal, das ist okay, das ist ein bisschen so ein Stereotyp, aber es funktioniert so gut, dass du halt richtig mitfieberst. Und es ist auch ein ziemlich großer Maßstab. Aber es ist nicht so, wie man sich jetzt denkt, okay, im Zug ist es relativ klein. Naja, es ist auch, wie es halt auch funktioniert. Ja, aber es ist dann fast teilweise schon eher so in Richtung World War Z, dass halt so richtige Zombie-Massen so irgendwie über die Stadt herfallen und hinter dem Zug her und so weiter, dass du halt wirklich so Zombie-Action auf einem großen Maßstab hast, aber noch sehr viel effektiver als bei World War Z, finde ich. Das ist natürlich irre gut. Also wo wir vorhin schon wieder waren, dass ein Markt sich mal ein bisschen etabliert, russisch oder chinesisch, scheint auch der koreanische Markt in dem Fall. Ja, aus Korea kommen ja seit einigen Jahren sehr interessante Filme. Ja, na klar, aber halt nicht in so einem großen epischen Maß, wie du es doch beschrieben hast. Ja, wo es jetzt echt so einen richtigen Action-Kracher mit Zombies ist. Ich denke, der wird auch regulär ins Kino kommen. Ja, ja. Also wenn in eurer Stadt noch das Fantasy-Filmfest läuft, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den anzugucken. Das war der Abschlussfilm. Ja. Und wie hängt jetzt nun der mit dem anderen zusammen? Also im Grunde geht es eigentlich nur darum, dass halt beide Storys aus dem gleichen Event erzählen. Also keine Figur vor? Es gibt keine Figuren vom einen ins andere. Also es ist mehr so eine Art spirituelle Fortsetzung? Ja, also genau. Es geht halt mit beiden um diesen Zombie-Ausbruch in Südkorea. Cool. Und beide spielen am Anfang in Soul. Wow, okay. Gut, dann sprichst du hier mit deinen Empfehlungen aus. Das, also Soul Station kann man sie angucken, ist ganz cool. Aber vor allem Train to Busan kriegt für mich das ganz fette Goldsiegel. Jawohl. Wunderbar. Was hast du denn so? Ja, ich spreche eigentlich über was ganz anderes. Kein Film, keine Fernsehserie, kein Buch, kein Comic. Ein Dokumentarfilm, den ich gesehen habe. Und zwar den Dokumentarfilm Tomorrow. Aha. Von Melanie Laurent. Das ist eine französische Schauspielerin, die man aus den Glorious Baths kennt. Und ihrem Partner, also der mit ihr den Film zusammen geschrieben hat. Es geht um globale Erwärmung. Und es geht darum, wie man andere Alternativen finden kann, um zu leben, um das morgen besser zu machen. Und der Film ist von ihr halt mitproduziert. Die sind zu verschiedenen Experten in der ganzen Welt gereist und haben sich verschiedene Prozesse und Dinge angeguckt, was man so machen kann, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ob das nun urbanes Gardening ist und das aber Produktionsweisen anzuwenden, die viel ertragreicher sind als andere Dinge, wie es eben verschiedene große Firmen machen. Oder auch so etwas wie einzelne Währungen in kleinen Stadtteilen einzuführen, um den Geldfluss innerhalb eines Systems zu halten. Also der ganze Film ist unterteilt in fünf verschiedene Kapitel, wie man verschiedene Dinge besser machen kann. Und ich habe davon gehört und bin ganz recht spontan ans Kino und dachte, naja, was wird mir der Film erzählen, was ich nicht vielleicht schon irgendwo gelesen habe? Oder was ich irgendwo im Teil schon mal gehört habe? Und ja, teilweise war das auch so. Aber so insgesamt kompakt war das ein Film, der einen eben ohne irgendwie die Moralkeule auf den Kopf zu halten und zu sagen, was für ein schlechter Mensch du bist, macht er das sehr sorgsam und liebevoll, dir von einer besseren Welt zu versprechen. Der Film beginnt auch damit. Die haben sich zusammengesetzt. Das sind sie und viele Schauspieler und Regisseure und Filmkollegen, die sich dann gesagt haben, es gibt immer nur irgendwelche Dokumentarfilme oder Filme, die wir generell kennen, wo vom Ende der Welt geredet wird. Es gibt immer irgendwelche, wir haben ja gerade gehabt, Train to Busan, das ist alles irgendwie zerstört, alles ist kaputt. Oder es gibt tausend Filme darüber, ob es nur Zombies sind, Atomexplosionen oder irgendwelche anderen Sachen. Und hier ist es halt so, sie wollen eben etwas Positives, einen positiven Aspekt für morgen zeigen und sehen, dass es besser werden kann, als es eigentlich ist. Und das macht den Film eigentlich aus, dass eine positive Ausstrahlung gezeigt und etabliert wird. Mit sehr vielen interessanten, wissenswerten Methoden, wie man eben die Welt von morgen besser machen kann. Sehr geschmackvoll inszeniert. Gute Musik. Es gibt einen ganzen Soundtrack, der von einer Dame gemacht wurde, der das spielt, der dich aber trotzdem auch in Ruhe lässt. Das ganze Jahr in Dokumentation ist es auch so, dass dann irgendein Song reingebaut wird. So, das sollst du jetzt fühlen. Genau. Und es war zwar auch so, aber es war entspannt. Und es war fast wirklich wie ein bisschen Spielfilm, ein guter, positiver Spielfilm über die Welt von morgen, wie sie sein darf. Und der war sehr schön, den empfehle ich. Er läuft auch noch im Kino. Okay, das ist Tomorrow und der läuft jetzt gerade im Kino. Also er lief eigentlich schon im Sommer, im Juli, Juli, aber ich habe ihn jetzt noch bekommen. Also in so Arthouse-Kinos. Wahrscheinlich, ja. Absolut zu empfehlen. Gibt eine Gold-Empfehlung von mir. Cool. Okay, dann waren das jeweils unsere eine Gold-Empfehlung. Bleibt heute ein bisschen knapper. Wir haben nämlich noch eine große Kategorie übrig. Ja, wir haben eine ganze Liste davon. Und zwar kam letzte Woche die große Liste von der BBC raus. Die haben eine Umfrage gemacht. Weltweit 166 oder 145. Ich glaube über 1000 Filmkritiker. Ja. Oder meinst du 166 Länder? Ja, genau. Und 166 Länder, an denen über tausende Filmkritiker dazu beigetragen haben. Und die 100 besten Filme seit dem Jahr 2000 bis heute. Also dieses Jahrhunderts. Dieses Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts, so far, genannt haben. Ja, weil es gibt ja, es gibt diesen Bekannten, diese bekannte Umfrage von dem Magazin Side & Sound, was immer so alle paar Jahre stattfindet, wo sie halt die besten Filme aller Zeiten fragen, mit einer ähnlichen Methode. Jeder Kritiker gibt irgendwie so eine Top-Ten-Liste ab. Und da sind aber halt die Top-Ten-Filme sind alle irgendwie älter als 50 Jahre. Genau. Und hier war es mal spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Was ist denn im aktuellen Filmgedächtnis vorhanden? Was ist schon ein Klassiker? Was ist ein Film, den man sehen muss vielleicht, wenn du gerade aufwächst und dich für Filme interessierst? Deswegen haben wir es auch weltweit gemacht, weil da eben viel mehr Kulturen als nur eine Filmlandschaft reinspielt. Und wir haben das auch gemacht. Ja, also wir wurden leider nicht gefragt. Leider nicht gefragt. Warum auch immer. Dreck und Colt ist renommiert dafür, Filmwissen in Nordsterland abzugeben. Aber wir haben gesagt, wir machen einfach trotzdem jeder eine Top-Ten-Liste. Also ich habe sogar eine Top-100 gemacht, aber an der arbeite ich noch, weil das ist echt nicht einfach. Wir beide arbeiten jetzt unsere Top-Ten-Liste ab, aber wir machen das nicht Top-10 bis Top-1, würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, wir mal abwechseln einfach. Aber haben wir nicht vorher gesagt, dass wir das ohne Bewertung machen, sondern es automatisch machen? Achso, wir machen es nicht in der Reihenfolge. Das war irgendwie... Das war der Plan, oder? Das ist einfach zu schwer. Ich habe halt Filme auf 1 und 2 gesetzt, wo ich dachte, ja, die sind total gut, aber dann ist auf mir Platz 3. Ich werde die Liste auf jeden Fall noch veröffentlichen, auch in der Reihenfolge mit der Bewertung. Aber ich glaube, wir machen es abwechselnd, trotzdem nicht vom Besten zum Schlechten. Ich würde sagen, wir machen es alphabetisch. Ich habe es mir alphabetisch aufgeschrieben. Aber fangen wir von unten an. Ja. Ich fange mal an. Okay. Okay, ich bin gespannt. Platz 10 ist eigentlich der neueste Film, den es bisher gab. Das ist Zootopia. Ah, okay. War ich auch ganz überrascht, dass der dann noch auf Platz 10 gekommen ist. Ich habe auch noch lobende Erwähnungen, die ich später noch nennen kann. Und wahrscheinlich... Es ist einfach super streitbar, Filme zu vergleichen. Aber Zootopia ist für mich ein essentielles, modernes Märchen, das heutige Themen einfach etabliert wie Fremdenhass und Gleichwertigkeit in unserer Gesellschaft. Wunderschön inszeniert. Disney-Animationen auf dem höchsten Maß, tolles Charakterdesign, tolle Musik, ein großartiges Paket. Also ich habe mich halt einfach dafür entschieden, weil ich habe Filme drin, die mir entsprechen. Und von jedem Genre irgendwie etwas und von jeder Art etwas. Und ich habe zwar noch einen anderen Animationsfilm, aber der steht einfach für Disney und für eine neue Revolution, die Disney halt bringt mit alten Story-Elementen, die natürlich beliebt sind. Aber Geschehnissen und Fehlern und Problemen, die Leute haben, die halt in ein Maß gebracht wurden. Und Zootopia ist irre gut. Also für der, der es nicht... Wollen wir eigentlich immer darüber reden, was das für ein Film ist? Oder wollen wir den nur nennen? So ein bisschen. Also es soll halt nicht ausatmen von der Länge her. Zootopia ist halt einfach eine Gesellschaft wie unsere, nur es sind anstatt Menschen sind es Tiere. Und es geht um eine junge Hasendame, die Polizistin werden will, wobei ihre Familie eigentlich Hasen-Karotten-Farmer sind. Und alle einem sagen, du musst nur das sein, was du eigentlich geboren wirst. Hasen haben bei der Polizei nichts zu suchen. Genau, sondern nur... Und die ganze Welt ist nicht getrennt, aber es geht auch darum, zwischen Jäger und Gejagte, also Prey und... Beutetiere und Raubtiere. Raubtiere. Und sie freundet sich, oder erst ist sie auf der Jagd nach etwas, muss als Polizistin arbeiten. Und dann beginnt sie ihren Fuchs. Ein Fuchs, der eigentlich immer, ja, schleimig und schwierig und gemein und fies. Und freundet sich aber irgendwann an, im Laufe dieser Geschichte. Aber der ganze Film behandelt halt die Freundschaft, das ist eine Bodycop-Comedy. Ja. Der für mich eigentlich essentiell alles zusammengebracht hat, was ich heutzutage sehen möchte. In Animationsfilmen, in Kindergeschichten. Der als Erwachsenenfilm großartig funktioniert. Und muss für mich einfach essentiell damit drauf... Wie gesagt, kann man drüber streiten, auch mit meinen späteren Erwähnungen. Was ist dein Platz 10? Oder dein erster Platz? Am Ende des Alphabets bei mir steht tatsächlich auch ein Animationsfilm. Und zwar The Incredibles. Oh, der war auch fast dabei. Die Unglaublichen. Von Pixar. Pixar's Superhelden-Animationsfilm von Brad Bird von 2001, 2002, glaube ich. Der bis jetzt immer noch der beste Superheldenfilm ist, meiner Meinung nach. Also die Animationen, ich habe mir das vor kurzem nochmal angeguckt. Ja. Die Animationen sind schon so, dass man heutzutage sagt, okay, das sieht auf jeden Fall nicht mehr so aus, wie jetzt Animationsfilme aussehen. Aber es ist trotzdem extrem stylisch und wahnsinnig gut durchdacht von den Bildern her. Worum geht's denn? Und es geht halt um eine Superhelden-Familie, die aber in einer Zeit lebt, wo Superhelden quasi verboten wurden. Wenn sie zu viel Schaden anrichten. Weil sie immer zu viel Schaden anrichten. Deswegen müssen sie im Geheimen leben und müssen sich wie normale Leute verhalten. Und es geht halt dann, einfach so thematisch geht's halt darum, ob man halt Leuten, die besondere Sachen können, dazu zwingen soll, sich irgendwie in eine normale Gesellschaft einzugliedern. Ja, auch genau, ähnlich wie meinen eigentlich. Ja, so ein bisschen, genau. Es geht um Vorurteile auch so ein bisschen. Klar. Und es ist einfach ein enorm unterhaltsamer Film, der auch sehr, sehr irgendwie sehr starke emotionale Komponente hat durch diese Familienbeziehungen. Jeder hat so sein Problem, das er mit reinbringt, wie in der Familie eben so ist. Und die Superhelden-Fähigkeiten orientieren sich auch mal an der Persönlichkeit und an den Problemen, die die Leute haben. Und das funktioniert immer noch großartig und ist meiner Meinung nach einer der besten Filme der letzten Jahre. Äh, ja. Dann bring doch du gleich mal den nächsten. The World's End. Oh ja. Das hat mich echt schwer getan. Also The World's End ist vom Regisseur Edgar Wright, der in den letzten Jahren, auch in dem selben Jahrzehnt, Filme gemacht hat, wie Shaun of the Dead und Outflowers. Mhm. Ich hab mich echt geschlagen, welchen Film ich da reinbringen soll, weil alles sind Komödien, aber jeder hat einen anderen Genre als Grundlage. Der hat Science-Fiction, die anderen beiden sind Polizeifilme und Horror-Zombiefilme. Ja. Ja, im Horror-Zombiefilme geht es um das wortwörtliche Ende der Welt, aber noch nicht. Denn eigentlich geht es um einen Mann, der in seiner Jugend stecken geblieben ist und mit seinen Kumpanen eine Sauftür durch sein altes Heimatdorf machen möchte, das er damals nicht abgeschlossen hat. Gespielt von Simon Peck. Ja. Und er versucht es halt nochmal zu wiederholen, was er damals nicht geschafft hat, lebt immer noch in den 80ern, deshalb du kennst den Film mehr, wir reden natürlich nur kurz drüber, was das für ein Film ist. Ja. Aber irgendwas scheint in diesem Ort vorzugehen, das nicht ganz koscher ist und er versucht sich halt damit auseinanderzusetzen, während er gleichzeitig seinen Drang hat, diesen... Seine Jugend wieder aufleben zu lassen und... Und die Sauftür zu beenden. Ja. Da steckt viel mehr drin. Ich finde halt, dass der Film, wie auch wieder, mich wieder anspricht, was so das Erwachsenwerden angeht, das steckenbleiben in der Vergangenheit. Es geht um Depressionen. Ja. Es geht aber eben auch... Ja, es gibt ziemlich düstere Sachen, die immer so am Rande auftauchen. Und das bekommt man vielleicht erst beim zweiten, dritten Mal gucken mit. Und ich bin mir auch noch nicht... Ich habe damit eigentlich jetzt beschlossen, dass das mein Lieblingsfilm der Cornetto-Trilogie ist, wie diese drei Filme genannt werden. Bin ich auch jetzt wirklich dafür, ich stehe dazu. Auch wenn das eine harte Diskussion ist, weil es schauen muss... Verdammt, verdammt, verdammt gut ist. Das ist schon bei dir dabei. Ja. John of the Dead ist... Auf Platz 9. Ist bei mir der nächste Film. Nein! Also das ist unglaublich. Das ist voll gut. Aber okay, dann... Du weißt, was ich meine. Das ist echt schwer. Ja, genau. Also die Filme sind alle drei großartige Komödien, die sehr, sehr gekonnt irgendwie ihr jeweiliges... Also zum einen das jeweilige Genre so ein Stück weit parodieren, aber zum anderen auch eben sehr starke menschliche Geschichten erzählen. Oh ja. Sehr stark in der englischen Gesellschaft verwurzelt sind. Irgendwie was über das Leben, wie das dort so ist, erzählen können durch diesen Genre-Filter. Ja. Und Shaun of the Dead nimmt halt so den... Vorstadt. Genau, das Vorstadtleben und irgendwie geht es halt auch ums Erwachsenwerden, aber halt um so eine umso frühere Stufe. Halt derjenige, der eigentlich eben noch gerade so in seinen 20ern ist und irgendwie jetzt langsam mal anfangen muss, sein Leben in den Griff zu bekommen und eine richtige Beziehung zu führen. Und was macht er irgendwie mit seinen Jugendfreunden und das alles verpackt halt in diese ziemlich lustige, coole Zombie-Geschichte. Genau. Das macht verdammt viel Spaß und das ist mein Lieblingsfilm in der Connetto-Trilogie, auch wenn ich die anderen beiden auch fantastisch finde. Also man müsste eigentlich sagen, Connetto-Trilogie müsste eigentlich eins sein. Das ist echt nicht einfach. Jetzt bin ich auch gespannt, wie langsam wir uns zweien. Platz 8 ist bei mir The Social Network von David Fincher. Das ist ein Film, der halt eine Generation geprägt und gelebt hat, wie es nämlich keine vorher auch hatte. Denn es geht um die Gründung von Facebook. Facebook ist halt seit 2008, glaube ich, oder 2007 oder sogar früher am College stand. 2006 oder sogar noch früher. Ja, es ist halt so eine zeitgemäße Geschichte über Freundschaft, unsere Gesellschaft, Wettbewerbsdenken und hat mich halt... Also David Fincher ist auch so ein Regisseur, den ich hätte jetzt auch drei verschiedene andere Filme von ihm nennen können. Zordiag zum Beispiel oder so. Das ist bestimmt nicht dein nächster Platz, das wäre sonst echt lustig. Nee. Aber Social Network ist halt deshalb für dieses Jahrzehnt so prägsam, finde ich. Weil das ist halt eben diese Generation von Freunden, die aber trotzdem gleichzeitig im Wettbewerb stecken. Dann eben auch Startups und politisches Denken und Geld und Macht alles in eins nimmt und über die Welt sehen. Und Menschen, die ausgeschlossen sind und Genies sind, aber trotzdem für Idioten und Arschlöcher gehalten werden. Und da halt einfach ein wahnsinnig toll gemachter Business-Thriller, würde ich es nennen. Freundschafts-Business-Thriller, der das Jahrzehnt halt geprägt hat wie kein anderes für mich. Weil Facebook das Jahrzehnt geprägt hat wie kein anderes. Ja, ja, genau. Es nimmt halt dieses sehr aktuelle Ding und sagt über diese relativ kleine Welt von der Firma Facebook halt sehr viel über die Kultur der Zeit. Über die Menschheit eigentlich. Über was so in den Köpfen der Menschen gerade passiert. Ja, ja, ja. Ja, den finde ich auch sehr cool. Auf meiner Liste ist auch gar nichts von David Fincher, obwohl ich den schon auch ziemlich cool finde. Mein nächster Film ist Oldboy. Oh. Da sind wir wieder beim koreanischen Kino. Ja. Das ist eine Manga-Verfilmung. Der Manga ist allerdings sehr anders. Es geht in beiden so ein bisschen um Rache oder ähnliche Sachen, aber es hat sehr viel verändert für den Film. Das ist ein Film von Park Chan-Wook, Teil seiner Rache-Trilogie. Die anderen beiden Filme davon sind auch sehr cool. Mr. Vengeance. Mr. Vengeance und Lady Vengeance. Genau. So war das. Die hätten es auch, sind auch nah an meine Liste rangekommen, aber Oldboy ist der, der mir am besten gefällt. Da geht es halt um einen Typen, der jahrelang in einem kleinen Zimmer eingesperrt wird und er weiß nicht warum. Ja. Und dann wird er irgendwann rausgelassen und er beschließt halt, denjenigen zu finden, der ihn da eingesperrt hat, um Rache zu nehmen. Da steckt mehr dahinter als das. Aber dann gibt es sehr, sehr viele Twists und Verwicklungen und das ist ein... Das hat Shakespeare-Niveau. Ja, genau. Es geht um Rache im Allgemeinen und auch so ein bisschen um den Sinn davon. Mhm. Es geht total irgendwie um... Jetzt habe ich mich verhatzelt. Mach halt doch weiter, so spreche ich da nicht. Ja, es ist ein wahnsinnig stylischer Film. Es gibt so eine Szene, wo er in so einem Korridor mit einem Hammer gegen so mehrere andere Typen kämpft. Ja, so ein Bild, dass das man nicht vergisst. Auf jeden Fall nicht. Also genau, der Trieb nach Rache ist so hart und brutal, wie er halt auch dargestellt wird. Also ohne Kompromisse. Das ist ein wahnsinnig beeindruckender Film. Du hast recht, der natürlich schwierig ist zu ersetzen mit den anderen Filmen, die er gemacht hat. Aber voran steht als ein Beispiel, was Filme machen auf jeden Fall in diesem Jahrzehnt zu bedeuten hat. Ja, und auch als Beispiel für das koreanische Kino, dass eben ziemlich viele coole Filme, die komischerweise fast alle mit Rache zu tun haben, hervorgebracht hat in den letzten paar Jahren. Ja. War ich gar nicht im Mut verlorf? Ist der eigentlich auch? Ne, das ist das Chinesische. Ah, okay. Ne, ähm... Ja. Ja. Toll. Ja, gute Wahl. Habe ich nicht dabei. Also auf meiner Gesamtliste ist er dabei natürlich. Bei mir ist aber ein Film, der auch mit Asien zu tun hat, und zwar Lost in Translation von Sofia Coppola. Ja. Der ist bei mir auf dem Platz nach... oder Platz nicht. Er sagt jetzt nichts dran. Ähm, ja, Sofia Coppola, die Tochter von Francis Ford Coppola, die hat dann irgendwann angefangen Filme zu machen, und das war ihr Spielfilm-Debüt oder der zweite Film? Ne, der zweite. Der zweite Film? Der dritte sogar. Ah, oder Version Suicides? Davor nur ein Kurzfilm, nämlich. Okay, aber das war eher, sagen wir mal, der Film, mit dem sie am meisten Erfolg hatte. Mhm. Es geht um einen alternen Schauspieler, gespielt von Bill Murray, der nach Tokio reist, um einen Werbespot zu drehen. In einem Hotelabsteig, da eben bleiben muss, für die Zeit, in der er da ist, und in dem Hotel ein junges Mädchen kennenlernt. Die eigentliche Hauptfigur ist gespielt von Scarlett Johansson, die eigentlich nur dort ist, weil ihr Mann Fotograf ist und sie da ihn begleitet und eigentlich total langweilig ist und sie gar nicht weiß, was sie machen soll. Dann trifft sie irgendwann Bill Murray und sie freuen sich an. Mhm. Der Film ist halt wunderschön gedreht, hat so eine Leichtigkeit, so eine Melancholie, die mitschwingt, weil beide nicht wissen, obwohl sie am anderen Ende ihres Lebens quasi stehen, ja, das ganze Junge und 18, 20 oder erst um die 60 und weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Und beide finden halt diesen Punkt, in dem sie quasi ihren Seelenpartner finden. Sie wissen genau, was der andere denkt, sie wissen genau, wie man sich fühlen muss, sie wissen genau, wo ihr Platz in der Welt ist. Aber nur in dieser Blase, in diesem Hotel oder in Tokio an sich, stehen sie halt für sich zusammen und müssen versuchen, rauszufinden, wer sie eigentlich sind. Und die haben jetzt so eine wunderschöne, kompromisslose Bindung. Es geht nicht wirklich um, also es geht nicht um, es ist keine Liebesbeziehung, es ist keine Freundschaft. An sich ist irgendwas dazwischen. Und der, es geht dann um Zweisamkeit und einfach jemanden zu haben, weil beide sind erst irgendwie fast von seiner Frau geschieden. Sie ist zurückgelassen von ihrem Mann, der nur irgendwie Fotografie und sonst eine Party im Sinn hat und sie alleine lässt. Und endlich findet man jemanden, der einem was bedeutet. Und egal, ob es nur eine Beziehung ist oder nicht, du hast hier einen wunderschönen, melancholischen, traumhaften Film mit toller Musik, tollen Bildern, tollen Darstellern. Zurecht Oscar-nominierten Bill Murray und wunderschöner Scarlett Johansson, die zurecht auch ihren Platz gefunden hat als einer der besten Schauspielerinnen. Schon damals eigentlich. Gehört für mich einfach dazu, zu den Filmen, die sein müssen. Ja, super. Der ist nicht auf meiner Liste, aber ist echt auch ein Film, den ich sehr mag. Ich gucke den immer wieder gerne. Ich habe halt die Liste auf den Filmen, die ich halt immer wieder gesehen habe. Aber ich habe Filme bewertet nach Wiederguckbarkeit. Hält er sich immer noch, obwohl er vielleicht ein älterer Film ist? Beeindruckt er mich in der Art, was er erzählen will? Und das gehört einfach dazu. Und das ist Lost in Translation bei mir. Wusstest du, dass die Figur von Scarlett Johansons Freund in dem Film basiert ist auf Sofia Coppola's Ex-Freund, nämlich Spike Jonze? Ja, das wusste ich. Also gespielt im Film von Giovanni B. Beesie. Ja, Spike Jonze ist auch ein Regisseur. Ja, und damit komme ich nämlich zu meinem nächsten Film. Und zwar ist Spike Jonze der Regisseur von Her. Oh, Her, ja. Und da spielt auch Scarlett Johansson mit als Stimme. Als sie. Das ist ein Science-Fiction-Film, der in der nahen Zukunft spielt. Joaquin Phoenix spielt so einen relativ einsamen Mann, der irgendwie Großkarten für andere Leute schreibt. Und er kriegt einen neuen Computer mit einem neuen Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem hat halt eine künstliche Intelligenz. Muss es erst einrichten, muss halt Fragen beantworten. Ja, genau. Diese künstliche Intelligenz wird genau auf ihn zugeschnitten. Und er kann mit ihr sprechen und sie hat die Stimme von Scarlett Johansson. Ja. Und dann verliebt er sich natürlich in dieses Betriebssystem. Natürlich. Und ich finde, das ist ein fantastischer Film über die Technologie, mit der wir uns so auseinandersetzen. Und die für uns teilweise dann die Menschen ersetzt fast schon. Es geht irgendwie um Beziehungen, um Einsamkeit. Und dabei sieht es irgendwie alles noch ganz großartig aus. Und das ist irgendwie total großartig gespielt auch. Total, ja. Das ist so ein Film, also da habe ich noch während ich ihn geguckt habe, gedacht, okay, das ist einer meiner neuen Lieblingsfilme. Das ist witzig. Also ich musste den Film ein zweites Mal gucken, um ihn wirklich gut zu finden. Okay. Beim ersten Mal. Aber das war auch, ich war mitten in der Nacht. Ich habe den irgendwie auf DVD oder Blu-ray oder so, keine Ahnung, gehabt. Und dann irgendwie, es ist alles so Herzschmerz und alles so depressiv. Aber eigentlich steckt ja darin das Leben. Dass es halt trotzdem in der ganzen harten Welt eben Nähe und Menschlichkeit beim künstlichen System mehr ist als bei vielen anderen Menschen. Und ja, es ist ein toller Film, der es wahrscheinlich auch in meiner Liste geschafft hätte, wenn er nicht Lost in Translation gewesen wäre. Ähnlich thematisch, ne? Wir sind uns da schon sehr ähnlich. Ich bin nicht ganz verrückt gerade. Ja. Das, ja. Das war Her. Ja, Her. Wunderbar. Spike Jonze und Sophia Coppola teilen sich diese Reihe. Mein nächster Film ist Inside Louie and Davis von den Coan Brothers. Ich musste einen Film von den Coan Brüdern dabei haben. Den habe ich auch ganz stark in Betracht gezogen. Du hast bestimmt einen anderen, ne? Ich habe tatsächlich keinen Coan Brothers Film. Nein, gar nicht. Das kann doch nicht sein. Ich wollte gerne, aber ich habe dann gar nicht untergebracht. Hallo, das sind die Regisseure, die amerikanisch dann nicht sein können in den letzten 20 Jahren. Und da musste ein Film von denen dabei sein. Eigentlich schon. Ob es ein No Country for Old Man gewesen wäre oder andere. Aber bei mir ist es halt Inside Louie and Davis. Die haben gespielt von Oscar Isaacs, einen erfolglosen Musiker, der... Zur Zeit des Folk-Revivals in den 60ern. Genau. Und es ist ein wahnsinnig musikgeprägter und geschwängerter Film, der halt sehr... dunkel und schwer inszeniert ist, sehr depressiv ist. Aber für mich halt in dieser Depression und in dieser erfolgsgesteuerten Welt, wo du erfolgreich sein musst und immer irgendwie dabei sein musst und er als Musiker Erfolg finden muss, so mehr oder weniger war das Erkennen seiner Schwächen herausstellt. Und was ich so schön fand, also gerade, also ohne jetzt das Ende zu benennen, aber der halt auch sich auf einen Roadtrip begibt, um für jemanden zu arbeiten oder er versucht, für jemanden zu arbeiten als Studiomusiker. Dann, aber es läuft halt nicht so gut für ihn und er verschiedenen kuriosen Menschen begegnet, die alle irgendwie entweder im Drogensumpf versinken oder, 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 weiß ich nicht. Er hat auch eine ganz... Und die Katze ist natürlich sehr wichtig. Natürlich, es gibt eine Katze, wo die ganze Geschichte eigentlich quasi beginnt. Also der schläft halt auf der Couch bei so einem Professor, so einem Freund von ihm, der ihn aufnimmt so und eines Tages läuft die Katze von dem Mann weg und der versucht sie halt wiederzufinden und... Ja, und dann fällt die Tür zu und dann hat er sie immer dabei. Und dann hat er sie immer dabei. Natürlich ist es sehr süß und das ist halt so, wer ist die Katze in dem Film? Da gibt es auch viele interessante Berichte, Geschichten, Theorien drüber. Oskar Isaacs fand ich immer schon genial. Also ob das schon, als ich in Herrn Drive gesehen habe oder in vielen anderen Filmen, aber hier hat er halt sein wahrstes Können gezeigt. Oder seine Durchbruchsrolle. Absolut genial als Mensch, der halt komplett zwischen den Welten steht und nicht weiß, wohin er eigentlich gehört. Aber irgendwie auch so seine Limit ein bisschen erkennt im Laufe des Films. Er weiß, wo er eigentlich steckt und trotzdem irgendwie nicht aufgibt. Aber naja, muss man... Eines der besten Enden, die ich in den letzten fünf Jahren eigentlich gesehen habe. Wunderschöner Film. Carey Mulligan spielt noch mit. John Goodman ist dabei. Ja, eigentlich vielleicht nicht der beste Combrothers-Film, weil es gab noch andere, die vor den 2000ern entstanden haben. Ja, ja, genau. Aber aus diesem Jahrzehnt eigentlich mein Lieblingsfilm für den Combrothers. Ja, bei mir glaube ich sogar auch, obwohl es komisch ist, in dem Jahr, in dem ich ihn gesehen habe, fand ich ihn am Anfang so... Ich fand ihn gut, als ich rauslief, aber dann so, okay, ja, nee. War irgendwie ganz gut. Ja, klar. Aber so, je länger es her ist, der wirkt echt nach und steigt immer weiter in meiner Wertschätzung und hat meine Liste jetzt auch nur knapp verpasst. Ha! Okay, aber jetzt bin ich gespannt auf deine nächste. Mein nächster Film ist, glaube ich, der neueste Film auf meiner Liste. Der kommt erst aus dem letzten Jahr und das ist Mad Max Fury Road. Oh! Das ist... Wir haben ja schon öfter jetzt über Sequels, die lange nach dem Originalfilm kommen, geredet. Ja. Und das ist so das Paradebeispiel dafür, dass es funktionieren kann. Stimmt. Das ist einfach meiner Meinung nach so ziemlich der beeindruckendste Actionfilm, den ich überhaupt gesehen habe. Oder zumindest in der Zeitspanne, über die wir hier reden. Ja. Naja. Und... Doch, bei dir noch einer. Nee, der ähnlich ist. Und es... Also er hat halt irgendwie... Der Regisseur ist 70. Ja. Und inszeniert einen Film, wo man das Gefühl hat, das muss irgendwie von dem energiegeladensten jungen Menschen gemacht sein, den man sich vorstellen kann. In den Interviews ist er das auch. George Miller? Ja. George Miller, der eben die originalen Mad Max-Filme schon gemacht hat. Ja. Dazwischen auch so ganz andere Sachen, wie ein Schweinchen namens Babe und irgendwie die Hexen von Eastwick. Oh, das ist ein Pinguin. 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 Pinguin, ja. Ist der nicht eigentlich auch Arzt oder sowas? Er war ursprünglich Arzt. Das ist irre. Und hat dann irgendwann mal gesagt, Ende der 70er, ich mache jetzt hier mal mit meinen Leuten, mit meinen Freunden, die irgendwie so Hobby-Stunt-Leute sind, mache jetzt mal so einen Autoverfolgungsjagd-Film. Das war der erste Mad Max. Und jetzt sind das aber keine Stunt-Hobby-Leute mehr, sondern absolute Profis. Ja, und das sind die beeindruckendsten Stunts, die man überhaupt irgendwie gesehen hat. Ja. Wahrscheinlich schon. Wie das... Der Film ist geschnitten von George Millers Frau, die eigentlich nur Dokumentarfilme schneidet, aber das ist irgendwie der rasantes, geschnittenste, irgendwie cool, also der Schnitt ist einfach so cool, das kann man sich fast nicht vorstellen, dass sie vorher noch nie einen Spielfilm geschnitten hat. Ja, ja, klar. Und... Also rein technisch ist es ein totales... Also es ist unglaublich beeindruckend, aber ich finde auch irgendwie thematisch steckt total viel drin. Es spielt halt in so einer postapokalyptischen Welt. Wasser ist knapp. Genau, das Wasser ist knapp, die Ressourcen sind irgendwie weg. Keine wirkliche Infrastruktur mehr. Und Max muss halt so einer Gruppe von Frauen helfen, die geflohen sind von so einem fiesen... Rotierten... Warlords. Der irgendwie sie als so ein Harem hält. Genau, alles irre. Und dann gibt es auch eben die als weibliche Hauptfigur Charlize Theron's Imperator Furiosa, die irgendwie eigentlich fast die Hauptfigur des Films ist. Auch eine sehr coole Figur und... Was ich bei dem Film auch immer so beeindruckend finde, ist, dass obwohl der Plot so relativ minimal ist, es geht halt nur um das Führen von den Frauen aus dem Harem. Genau, sie fahren in die eine Richtung und dann fahren sie in die andere Richtung. Aber eben, was da mitschwingt, was da passiert... Und was auch visuell erzählt wird. Also ich habe von vielen Leuten danach dann so gehört, die ihn angeguckt haben und gesagt haben, ja, ist coole Action, aber der Film hat ja gar keine Story. Aber ich finde, er hat sehr viel Story und sehr viel... Es wird sehr viel erzählt, aber es wird halt nicht erzählt durch irgendwie lange Dialoge oder durch irgendwie so Charakter... Irgendwie die Interaktion, sondern es wird halt alles über die Bilder und über den Schnitt und über die Action erzählt. Und das ist halt... Das ist auch Story. Und viel davor und danach passiert auch, was in deinem Kopf dann noch weiter vor sich geht. Total. Ja, als Actionfilm absolut musste eigentlich auch in diesem Jahr dabei sein. Ist bei mir aber ein anderer Actionfilm, wo man es fast nicht als Actionfilm bezeichnen kann. Eigentlich doch. Teilweise. Inception. Christopher Nolan. Weil Christopher Nolan darf eigentlich nicht fehlen auf der Liste. So ein visionärer Regisseur, der viele großartige Filme gemacht hat. The Dark Knight. Oder Prestige. Ja. Zum Beispiel. Oder Interstellar. Memento. Memento. Aber Inception sticht für mich halt als Actionfilm heraus in erster Linie. Weil es halt so ein Neo-Crime-Caper ist, den du eigentlich auch immer wieder gerne siehst. Als Actionfilm funktioniert der sehr gut. Also es geht halt um Verbrecher, um Diebe, die etwas stehlen, aber nicht im herkömmlichen Sinne, sondern in den Gedanken eines anderen Menschen. In den Träumen von anderen Menschen. In den Träumen von Träumen von Träumen. Viele verschiedene Schichten. Und das macht den Film für mich halt so einen großartigen Actionfilm. Gleichzeitig leben wir aber als Menschen auch, ähnlich wie das in Her ist, so in so einer Realitätskrise, Raumkrise. So, was ist echtes Wirklichkeit? Wo geben wir uns hin? Was ist unser Sinn im Leben? Weil der Film, obwohl er natürlich, viele beschreiben den Film natürlich so als Fake-Deep. Es ist so, ja, das ist ein Film, der möchte irgendwie irgendwelche Synapsen ansprechen, aber die bestimmtes Publikum halt trotzdem begeistert mit diesem Actionkonzept. Aber der Film ist visuell wahnsinnig beeindruckend, hat großartige intensive Darsteller angefolgt von DiCaprio und Illustrar andererweise von Darstellern. Mad Max, Tom Hardy ist dabei, Joseph Gordon-Levitt, Alan Page, Marion Cotillard, Michael Caine. Großartig, visuell beeindruckend, optisch irre, Darsteller super, Geschichte, Traum, Realität. Eine der irresten Actionsequenzen ist, wenn sie den Traum in einem Traum anhalten und sich in der Schicht darüber irgendwie verlangsamen. Weil die Zeit auf den verschiedenen Traumebenen unterschiedlicher Geschwindigkeit läuft. Genau. Und dann ist das auch sehr clever geschnitten, wenn das dann zwischen den Traumebenen wechselt. Und ich weiß nicht, so ein Christopher Nolan muss einfach dabei sein. Ja. Man kann eigentlich fast nicht mehr viel zu Interception sagen, außer, dass es halt natürlich ein wahnsinnig gutes Experiment ist, gleichzeitig visuell, Artdesign, technisch toll gemacht ist. auch kameratechnisch wunderschön aussieht. Ich habe überlegt, ob ich Memento mit aufnehmen soll, aber den habe ich dann nicht mit reingenommen, weil es einfach zu lange her ist, als ich es zuletzt gesehen habe. Dann müsste ich nochmal gucken und schauen, wie mir der mittlerweile gefällt. Inception fand ich auch sehr cool. Das ist so ein Film, den habe ich, ich glaube, ich habe ihn dreimal oder so gesehen. Der hat mir beim ersten Mal am besten gefallen. Also der hat nicht so viel gewonnen bei zusätzlichen... Okay, weil man weiß, was man zu erwarten hat. Also ich war nach dem ersten Film baff. Also genau, am Anfang ist es super überraschend und super cool. Finde ich habe ihn immer noch. Und er macht schon immer noch Spaß, aber ja. Ich bin trotzdem noch überrascht. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht. Klar, es ist trotzdem für mich ein Highlight. Ist auf jeden Fall ein Highlight. Das gehört dazu. Ja, dann gehe ich mal zu meinem nächsten Film über. Klar. Und zwar ist das Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das ist auch mein nächster Film. Das ist auch dein nächster Film. Das ist wirklich auch mein nächster Film. Ja, das ist... Das ist mein Lieblingsfilm. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ja, das ist echt schwer zu sagen. Ob es der Nummer 1 Film ist, aber er ist auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei. Also ich kann ja ganz kurz anfangen, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. 2004 kam der raus. Damals gab es noch mehr Videotheken als Netflixes. Da gab es noch gar keine Netflixe. Nee, genau. Es gab eine Videothek, die war innerhalb von so einer Tankstelle. Da konntest du so hingehen, wie so eine Redbox. Da konntest du reingehen, Geld reizumeißen. So einen Automaten. Und Automaten so aussuchen. Bub, kam was raus. Und dann ist das ein Film mit Jim Carrey und Kate Winslet. Kate Winslet kennt man natürlich. Wegen Titanic hat sie berühmt gemacht. Und Jim Carrey kennt man aus vielen Komödien. Und dann habe ich den Film ausgesucht und dann auf einem wahnsinnig kleinen Fernseher mit so einem DVD-Player irgendwie geguckt. Und den Film in so einem kleinen... Ich glaube, ich habe ihn auch zum ersten Mal auf 4 zu 3 beschnitten geguckt. Wahnsinn. Voll merkwürdig. Weil der Film ist von Michel Gondry. Das ist ein französischer, kanadischer... Französischer. Ja, ja, aber ein französischer Regisseur, der viele kunstvolle... Musikvideos vorher gemacht hat. Musikvideos vorher gemacht hat. Und jetzt halt diesen Film gemacht hat, in dem es darum geht, dass eine Technik entwickelt wurde, in der du, wenn du willst, jemanden aus deiner Erinnerung löschen kannst. Das passiert hier auch, indem Jim Carrey und Kate Winslet vorher eine Beziehung geführt haben. Ja, sie trennen sich. Sie trennen sich. Er findet raus, dass sie ihn mit derselben Technik gelöscht hat und er dasselbe jetzt auch verhört. Aber dann beginnt eigentlich der Film, indem er das dann... Wir gehen durch seinen Gedanken, durch seinen Löschvorgang und er erfährt plötzlich, dass er es gar nicht mehr will. Er versucht das aufzuhalten. Er versucht das aufzuhalten und wir begeben uns auf einen wahnsinnig irren Trip. In dieser Erinnerungsebene. In dieser Erinnerungsebene, die seinesgleichen echt gesehen hat und bis heute nichts Vergleichbares gemacht wurde. Auch Inception kann da nicht mithalten. Ja, Inception behandelt ja diese Träume als doch eigentlich erstaunlich real und wenig abgedrehtes. Und hier findet er echt so ganz neue, andersartige Bilder für diese Träume, für die Erinnerungen. Wobei es natürlich letztendlich auch um reale Themen geht. Also vergessen zu werden, Beziehungen durchzustehen, Bindungsängste und eben einen geliebten Menschen aus seinem Leben komplett zu verbannen. Ja, genau. Und hat eben die Liebe, haben die Gefühle, was damit zu tun, was man zusammen erlebt hat oder wenn man das alles löscht, was ist dann noch übrig? Es ist nur Erinnerungen. Es bleibt das alles, was am Ende steht. Und der Film macht es wie kein anderer klar, dass es eben mehr ist als nur Erinnerungen. Ja. Ja, wunderbarer Film. Geschrieben von Charlie Kaufman. Ich glaube, dadurch bin ich auch auf den Film aufmerksam geworden, weil ich so ein großer Fan war von Bing John Malkovich, den ich auch auf jeden Fall in meiner Liste in Betracht gezogen habe, der wiederum von Spike Jonze ist, den ich jetzt schon mit Hör drauf habe. Deswegen dachte ich, ich brauche jetzt nicht mehrere Spike-Jones-Filme haben, aber Charlie Kaufman ist so als Drehbuchautor jemand, der sich wahnsinnig coole Sachen einfallen lässt. Es ist einfach generell interessant, wie einfach allein diese drei Menschen dieses Jahrzehnt geprägt haben. Total. Und uns als Sein und wie wir sind und wie wir dastehen. und es ist auch ähnlich, wie wir uns eigentlich sind bei den Filmen. Ja. Wir sind natürlich Typen vom gleichen Schlag so ein bisschen, aber Filmbeschmack... Genau, unterschiedliche Filme, aber sie passen irgendwie doch ineinander. Ja. Was ist denn dein nächster Film? Äh, Tihiro. Das ist auch mein Film. Das ist irre. Äh, Tihiro... Eigentlich alphabetisch käme bei mir noch einer dazwischen, aber... Ja, wir sind doch alphabetisch. Ja, ja, ne, genau. Bei mir käme alphabetisch noch einer dazwischen, aber Tihiro ist trotzdem auch auf meiner Liste. Achso. Ähm, Tihiro, Reise in Summerland oder Spirited Away, die amerikanischen genannte Version, aber wir kennen ihn jetzt Tihiro, das ist... Ja. Red du mal darüber. Ja, also es ist ein japanischer Animationsfilm von Hayao Miyazaki, der überhaupt vielleicht sogar mein absoluter Lieblingsregisseur ist. Ähm, und in dem Film geht es halt um ein Mädchen, das in so eine... also mit ihrer Familie irgendwie aufs Land fährt und dann in so einer Fantasiewelt verloren geht, sozusagen. Ja, ja, Animationsfilm, hast du... Genau, ja, habe ich gesagt. Ja, doch. Ja, doch. Gut. Ähm, und... Und... Und also die Fantasie, die da entfesselt wird und die Bilder, die man da sieht, die kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Doch, hat sich ja jemand vorgestellt. Also konnte man sich vorher gar nicht vorstellen. Aber bis zu dem Punkt... Bis man es dann gesehen hat. Ja, der Mann... Und bis er sich das vorgestellt hat. Und es steckt irgendwie so viel drin in jedem Bild und es geht halt darum, wie dieses Mädchen eben mit dieser gefährlichen Fantasiewelt umgeht und mit diesen Wesen und da geht es halt sehr viel darum, wie man als Kind die Welt wahrnimmt und wie man so langsam eben merkt, wie die Welt der Erwachsenen funktioniert. Das ist halt dann so eine Metapher dafür, dass halt diese sehr fremde Welt für sie, die sie so nach und nach entdeckt ist halt irgendwie, ja, so der, fast der Schritt halt aus der Kindheit hinaus. Ja. Klassische Coming-of-Age-Geschichte in einem Monsterhotel. Ja. In dem man arbeiten muss irgendwann. Ja. Aber ja klar, eigentlich ist es mehr als nur die Geschichte, die dahinter steht, sondern alles, was du gerade gesagt hast. Ja, man kann ihn wirklich als einen Lieblingsregisseur bezeichnen, weil obwohl es, obwohl in Anführungsstrichen Animationsfilm ist, steht der bei allem, also was die Bildsprache angeht, was die Inszenierung von jedem einzelnen Schnitt angeht, von jedem Moment in der Musik, die eingesetzt wird, bis zu den Bildern, der Metapher, der Analogie, die da entsprochen wird, eines der beeindruckendsten Filmgeschehnisse, die je gemacht wurden, also über das Jahr 2000 hinaus. Also bei mir persönlich ist sogar, würde ich sogar Prinzessin Mononoke, also seinen vorherigen Film, noch fast drüber einordnen. Da finde ich fast schon, also da finde ich, dass die Botschaft zu sehr gehämmert ist. Natürlich ist es eine schöne Botschaft über die Natur und das wird aber hier auch gemacht. Und ich finde halt, deswegen unterteilt es sich. Das ist ein bisschen subtiler. Das ist subtiler und die subtile Herangehensweise hat mich mehr angesprochen. Aber ja, die stehen alle für sich, also mir Saki ist einer der besten Zuschauer des 21. Jahrhunderts. Ja, irre. Super cooles Ding. Kann man nicht mehr zu sagen. Was ist denn dein nächster Film trotzdem? Children of Man. Das kann doch nicht wahr sein. Children of Fucking Man. Das ist nicht wahr. Oh, Frau Sukourons Meisterwerk. Über eine nicht weit entfernte Zukunft, in der die Menschheit komplett unfruchtbar geworden ist. Am Arsch ist unfruchtbar geworden. Keine Kinder werden mehr geboren. Das ist gerade genau so ein emotionaler Höhlenroth wie der Film selbst. Also das ist so ein Film, der, also die meiste Aufmerksamkeit hat der Film, glaube ich, bekommen. Ja, Fünfsequenzen. Oder mehrere Sequenzen. Naja, klar. Die halt in einem Schnitt gedreht wurden. Teilweise 10, 15 Minuten lang sind ohne irgendwelche Schnitte oder ohne sichtbare Schnitte zumindest. Ja. Was aber eben nicht nur so ein technisches Gimmick ist, sondern einem einfach so total in diese Welt reinzieht. Genau, es ist nicht so ein Spielberg-One-Shot irgendwie, wo du zwar auch in der Szene drin bist und so durch die Welt gehst, sondern du bist wirklich mittendrin. Dadurch merkst du halt so, oh, ich bin in dieser Welt, auch wenn das irgendwie so eine Science-Fiction-Welt ist. Naja, das ist der Nahe, spielt ja in England. Ja, du hast irgendwie das Gefühl, du bist da und erlebst das mit dieser Figur, was da um die rum passiert. Also es gibt einen ehemaligen Journalisten? Ich glaube, ja. Der in so etwas reingezogen wird, von dem man nicht erwartet hätte, dass es ihr passiert ist. Und zwar, da darf man ja eigentlich sagen. Ich glaube, so weit können wir gehen. Dass er von seiner ehemaligen Freundin oder Frau sogar, oder ist er noch mit auf eine Ex-Frau sogar, zu einem Ort geführt wird. Und dann begegnet er einem jungen Mädchen in einem Kuhstall, die schwanger ist. Seit 20 Jahren oder so sind keine Kinder mehr geboren worden. Das letzte Kind ist, glaube ich, gerade gestorben. Der jüngste Mensch der Welt ist gestorben. Der jüngste Mensch der Welt ist gestorben. Und alle waren natürlich trauernd am Boden zerstört. Dann ist die ganze Welt sowieso voll korrumpiert und es geht nur noch um Geld und um Außenmistung und du bist verblendet von der ganzen Werbung und der Utopie. Du bist eigentlich im Arsch. Und dann kommt die Hoffnung wieder zurück mit dem Mädchen, dass das schwanger ist. Und er soll sie beschützen und an einen Ort bringen, wo sie in Sicherheit ist. Und es geht halt nicht nur um dieses Science-Fiction-Konzept, sondern es spielt halt in England. Und man sieht halt, wie England scheint so der Ort zu sein, wo es noch einigermaßen sicher ist im Vergleich zum Rest der Welt. Und es versuchen halt eben ganz viele Einwanderer ins Land reinzukommen. Und es geht halt dann sehr stark um diese Einwanderungspolitik und wie die Leute darauf reagieren und wie sie sich abgrenzen und wie sie halt, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Hoffnung mehr haben, dann trotzdem irgendwie noch versuchen, die Fremden draußen zu halten. Und dann geht man eben in das Herz der Dunkelheit, der zerstörten Demokratie, in so Camps, wo Menschen gehalten werden. Ebenso Einwanderer. Einwanderer. Und Flüchtlinge. Flüchtlinge heutzutage absolut noch besonders relevant. Ja, kein Film hat das so sehr auf den Punkt gebracht, dass unsere Welt eigentlich im Arsch ist, wenn wir nichts machen. Ja. Und dann muss es halt, klar, der Plot ist auch wahnsinnig spannend. Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung ist da in Form eines schwangeren Mädchens. Alfonso Coran, auch ein Regisseur, der gleichzeitig Welten erschafft, die trotzdem mehr sind als nur ein Genre, der wirklich was erzählt. Das ist ein wahnsinnig toller Geschichtenerzähler, wo wirklich auch in jeder Aufnahme, in jedem Hintergrund, in jeder Schicht von seinen Bildern, gerade auch bei Children of Man, besonders bei Children of Man, mehr steckt als nur. Genau, wo sehr viel einfach durch die Bilder erzählt wird und auch durch die Kameraarbeit und den Schnitt und so. Auch eines der besten Arbeiten von Clive Owen, der die Hauptfigur spielt, toll gemacht. Children of Man. Children of Man. Dann mein letzter Punkt auf der Liste. Ich habe noch zwei. Achso, dann vielleicht machst du den noch. Dann mache ich noch einen davor. Dann, und zwar mein nächster ist Before Sunset. Ah. So ein bisschen. Habe ich nicht dabei, aber ich hätte den, naja. Da steht so ein bisschen stellvertretend für die ganze Trilogie, die ja anfing mit Before Sunrise, Anfang der 90er. Von Richard Linklader. Genau. Und da geht es um zwei, also in dem ersten Film geht es halt um einen jungen Mann und eine junge Frau, einen Amerikaner und eine Französin, die sich im Zug nach Wien treffen. Dann beschließen, die Nacht einfach durch Wien zu wandern zusammen. Flug geht erst morgen oder so. Lass uns quatschen. Und es geht auch nicht um mehr als das. Sie laufen die Nacht lang durch die Stadt und drehen. Und das ist ein wahnsinnig zauberhafter, romantischer Film, der aber trotzdem irgendwie sich sehr echt anfühlt. Du gleitest sie halt mit. Das ist ähnlich wie Children of Man. Du bist die ganze Zeit dabei. Du guckst über ihre Schulter. Du bist aber nicht das dritte Rad am Wagen, sondern du bist quasi alle beide gleichzeitig. Ja. Und lebst irgendwie ihre Gefühle aus. Genau, und er hat so ein relativ offenes Ende und man weiß nicht genau, ob sie sich danach wiedersehen. Und dann kam neun Jahre später die Fortsetzung. Genau. Das ist eben Before Sunset. Diesmal spielt es in Paris. Die beiden sehen sich wieder. Er ist eigentlich ähnlich, aber durch diese Zeit, die zwischen den Filmen verstrichen ist und dadurch, dass beide an so einem anderen Punkt in ihrem Leben sind, hat der Film so eine total starke emotionale Wirkung für mich. Dass man einerseits diese Wiedersehensfreude irgendwie so mitempfindet und andererseits aber auch, dass es einen total tiefen Einblick, finde ich, hat in die, wie sich das Verlieben und das Beziehungen führen unterscheidet, ob man jetzt Anfang 20 ist oder ob man eben Anfang 30 ist. Klar. Dass man halt dann schon so diverse gescheiterte Beziehungen hat und diverse emotionale Narben und die dann halt so zum Vorschein kommen. Ja, besser könnte ich nicht sagen. Auf jeden Fall. Genau. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Teil, der dann nochmal neun Jahre später kam, Before Midnight, der eigentlich ebenbürtig ist. Ich habe jetzt Before Sunset auf meine Liste gesetzt, weil das mein Liebster der drei ist, aber die sind eigentlich fast gleichwertig. Also bei mir bleibt immer noch Before Sunrise mein Lieblingsfilm. Ja. Weshalb Before Sunrise nämlich nicht, Before Sunset nicht auf meiner Liste ist, auf der Liste. Er ist auf jeden Fall auf der Liste, weil Before Sunrise, genau wie du es sagst, ein Film, der ihn so geprägt hat in der Zeit. Als ich ihn damals gesehen habe, war ich im selben Alter vermutlich wie die. Mittlerweile bin ich noch im selben Alter wie bei Before Sunset und irgendwann bin ich im Alter wie bei Before Midnight. Ja, muss eigentlich auch auf meiner Liste. Ich schäme mich fast ein bisschen von meinem nächsten Film, weil ich eigentlich schon kann man für sich stehen lassen, was du gesagt hast. Das kann ich nur komplett unterschreiben und meine digitale Unterschrift, Audio-Unterschrift hier dazu packen. Toller Film, irres Projekt. Vielleicht machen sie noch einen. Nee, ich möchte eigentlich, glaube ich, keinen Film mehr sehen davon. Ich dachte bei beiden Filmen jeweils, die haben so ein perfektes Ende, ich möchte auf keinen Fall eine Fortsetzung sehen. Und das war dann immer doch die Fortsetzung so gut, dass man immer gedacht hat, natürlich wollte ich die Fortsetzung sehen. Also natürlich jedes Mal wieder, man muss bangen, gelingt ihnen das nochmal. Aber es wäre schon spannend. Also Julie Delpy und Ethan Hawke, die die beiden spielen, müssen das wirklich ihr Leben lang eigentlich machen, bis zum letzten Schluss, damit wir mit ihnen, wir sind immer so zehn Jahre rückwärts vor ihnen und können das begutachten. Ja, möchte ich eigentlich auch sehen, ist aber nicht dabei und ich schäme mich erst ein bisschen. Ja, ich habe auch Boyhood natürlich so ein bisschen. Nee, Boyhood eigentlich gar nicht. Hab ich zumindest drüber erlegt, der ja auch ein ähnliches Konzept hat, weil er halt über zwölf Jahre hinweg von gleicher Schissör halt. Ja, klar, hat mich nicht so beeindruckt. Ja, klar. Fällt komplett jetzt natürlich raus irgendwie. Sein nächster Film. Mein nächster oder mein letzter Film in der Reihe ist The Avengers von Josh Whedon. Ja. Finde ich, gehört einfach dazu, weil wir brauchen einen Superheldenfilm. Ich hatte ja meinen schon. Eben, ich aber noch nicht. Ja. Und The Avengers ist das Herzstück aller Superheldenfilme, die es je gegeben hat, weil sie, vorher gab es halt Filme, die darauf gedreht wurden und zugespielt wurden, wie Iron Man, Thor, Hulk. America. Und das ist der Film, in dem alles halt zum Schluss kommt und endet in einem großen epischen Kampf. Also es geht um eben The Avengers, ein Superhelden-Team, das die Stadt New York bekämpfen muss. Der Film... Beschützen muss. Beschützen muss. Beschützen muss. Es ist halt das großartigste Popcorn-Kino, was man sich vorstellen kann, mit so vielen farbenfrohen, witzigen Charakteren, die trotzdem irgendwie geerdet in einer Welt sind, die von Aliens überrannt wird. Natürlich ist es sehr bescheuert und irre, aber es ist einfach nur wahnsinnig witzig gute Action von Josh Whedon. Josh Whedon, der bekannt ist für Buffy und für viele andere Sachen. Allein schon die Freude, dass Josh Whedon, den man halt so als den Buffy-Typen kannte, der immer nie geschafft hat, irgendwie seine Filme auf die Reihe zu stellen. Und dass die Fernsehserien gecancelt wurden, dass er dann plötzlich den erfolgreichsten Superhelden-Film aller Zeiten gemacht hat. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und er hat es auch absolut verdient. Also ähnlich halt wie The Incredibles ist The Avengers für mich eigentlich fast schon der beste Superhelden-Film, der beste Superhelden-Team-Film, muss man eigentlich sagen. Weil es gibt da noch Unterschiede, finde ich. Da müsste man mal eine andere Liste darüber machen. Aber der hat wirklich alles zusammengeführt. Der hat die beliebtesten Figuren, die vorher in den Filmen aufgetaucht sind und auch nicht in einen Film gebracht, sondern mit großem Unterhalt, seinem Paket Popcorn-Pino gemacht, die es in jedem Jahrzehnt einfach auch geprägt hat und haben muss. Es gibt tausende Superhelden-Filme. Tausende, tausende Franchises und Multiversen. Und der Film hat quasi eine Phase dieser Marvel-Reihe beendet und eine neue fortgeführt. Bleibt aber eben geprägt für die Zeit, die er steht für sich. Und ist ein unglaublich guter, unterhaltsamer Action-Popcorn-Kino-Film mit gutem Humor. Ja, ich habe den vielleicht sogar öfter gesehen als alle Filme, die auf meiner Liste stehen. Ja, ich habe vielleicht. Und ich finde ihn auch richtig klasse. Das einzige Problem, was ich mit Avengers habe, ist, dass so die erste halbe Stunde so ein bisschen langweilig ist. Für mich. Wie wegen der Figuren, der Einführung und der Zusammenführung? Ja, ganz am Anfang gibt es ja irgendwie diese Szene, wo sie in diesem unterirdischen Labor sind, das dann zusammenstürzt. Ja, die ist nicht so spannend, aber es ist zu lang einfach nur. Ja, klar. Also das hätte man irgendwie den Anfang, also wenn der Anfang genauso gut wäre wie der Rest vom Film, dann wäre er wahrscheinlich auch auf meiner Liste. Klar, ich denke mal, das hat natürlich mit den Filmen, die davor passiert sind, zu tun. Das alles so ein bisschen zusammenhängt. Zuerst mal ein bisschen die weichen Stellen muss man. Ja, klar. Aber dann kommt er richtig in Fahrt und bleibt einfach mir im Gedächtnis als einer der besten Action-Abenteuer-Superhelden-Filme. Die je gemacht wurden. Ja, cool. Dann ist bei mir jetzt auch nur noch einer übrig. Dann lass mal hören. Und zwar Amélie. Oh. Das ist ganz interessant. Also Amélie ist jetzt ein französischer Film von Jean-Pierre Genet von 2001. Es geht um eine junge Frau, die in Paris lebt und irgendwie so ein bisschen seltsam ist und immer versucht, anderen Leuten zu helfen und ihr Leben zu verbessern, so auf heimliche Art und Weise. Und das ist so ein Film, den habe ich damals im Kino gesehen, fand ihn ganz fantastisch, habe ihn sofort zu einem meiner Lieblingsfilme erklärt und dann habe ich ihn, glaube ich, nochmal auf DVD geguckt, aber dann lange Jahre nicht gesehen. Und irgendwie habe ich in dieser Zeit dann angenommen, das ist vielleicht so ein Film, den guckt man als Teenager und findet ihn cool, wenn man sowas noch nicht gesehen hat, weil es halt irgendwie so stilistisch auch sehr eigen ist. Und dann habe ich aber irgendwie angenommen, nee, aber wahrscheinlich ist er gar nicht so gut. Und auch weil es gerade im französischen Kino einige Filme gab seitdem, die so ein bisschen diesen Stil kopiert haben, die so ein bisschen versucht haben, daran anzuknüpfen und die alle nicht so gut waren und irgendwie nur so Style over Substance waren. Und dann habe ich ihn mir aber vor einem Jahr oder so nochmal angeguckt und gedacht, nein, der ist wirklich so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und ja, für mich ist das ein Film, der irgendwie verzaubert. Klar. Und der wahnsinnig romantisch ist, aber trotzdem, obwohl er so zauberhaft und romantisch ist, auch sehr, teilweise so einen relativ harten Blick auf das Leben der Menschen, mit denen Amelie in dem Film interagiert, wirft. Und ja, sie ist eine großartige Figur, finde ich. Und ja, visuell ist es ein total beeindruckender Film. Auf jeden Fall. Also klar, man könnte dem Film wahrscheinlich eine Menge anlasten aus heutiger Sicht, dass er wahrscheinlich würde heute in der Form vielleicht gar nicht mehr so existieren. Das ist irgendwie so ein Film seiner Zeit gewesen, was die Inszenierung angeht, was die Darstellung angeht. Ich fand Amelie halt immer sehr, also die Figur Amelie halt immer sehr fantastisch. Und also so eine Art Pixie-Dream-Girl, die halt irgendwie nur entsteht, weil... Aber dadurch, dass es halt aus ihrer Perspektive ist, dass du auch sehr viel über sie erfährst, ist halt nicht nur das Klischee von der schwuligen Dame, die dem männlichen Hauptfigur Leben rettet. Niklas ist die andere Sicht der Dinge, natürlich. Und das ist ein schöner Film, der gehört auf jeden Fall auf die Listen dieser beeindruckenden Filme des 21. Jahrhunderts, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben. Das sind unsere Top Ten. Ich bin sehr überrascht und eigentlich auch nicht überrascht, wie sehr ähnliche wir uns eigentlich waren. Viele Filme, die du genannt hast, sind wahrscheinlich auf Platz 11 bis 15 irgendwo dazwischen gelandet oder sind auf jeden Fall dabei in meinen Top 25 der besten Filme der Zeit. Ich finde, das sind alles Filme, die irgendwie unser Menschsein wahnsinnig geprägt haben. Visionäre Filme, angstvolle, erfüllte Filme, hoffnungsvolle Filme. Ja, also viele Liebesfilme ist mir aufgefallen bei mir. Auch unter meinen Kandidaten, die noch dann gerade so rausgefallen sind. Wenn du willst, kannst du jeden Film zu irgendwas binden. Also ob das nun die Liebe zu Alkohol und World's End ist oder die Liebe zu Social Network, Netzwerken oder ob es nun ein Computerprogramm ist oder Musik oder Träume. Ja, klar. Love makes the world go make a movie. Klar. Würdest du noch ein paar von deinen Sachen sagen, was knapp nicht auf deine Liste geschafft hat? Vielleicht nur ganz, ganz kurz. Naja, was heißt eigentlich knapp? Ja, ich bin heute nochmal an meiner Liste gegangen und habe einfach nochmal ein paar Filme rausgenommen, die ich eigentlich in letzter Zeit gesehen habe. Zum Beispiel ist es ein OP-Star, hatten wir dabei, den ist eigentlich auch als einen tollen Film, der mehr als nur seine Masse ist. Irgendwie mehr als nur ein Transfiction-Film. Und der ist halt um diesen Zuggegn, der durch die Welt kurvt. Und innen drin ein Horror-Szenario inszeniert wird. Eine Utopie. Auch toll, sowas wie In Bruges von Michael McDonough über zwei Killer, die nach Brügge gehen und eigentlich selbst Angst haben und Depressionen haben. Oder Filme von Wes Anderson. Wir hatten keine Filme von Wes Anderson. Ja. Oder... Ganz knapp bei mir. Ja. Oder Scott Pilgrim, Where This The World. Oder auch bei mir, muss ich noch gucken, aber nochmal gucken, wächst bei mir immer noch mehr ans Herz, Upstream Color. Aha, den habe ich noch nicht gesehen. Von Sean Kurath. Auch wahnsinnig toll. Halt, äh, wir können ja auch nochmal über Filme reden, die uns vielleicht ein bisschen enttäuscht haben, ganz kurz. Aber ich will auch noch kurz... Ach so, ja, ja, ja. Was hast du denn noch an Filmen, die knapp verpassten Kandidaten? Die hätten im Grunde auch, das ist fast willkürlich, welche ich dann letztendlich auf meine Liste gesetzt habe von... Ich hatte so eine Top 15, wo ich dann echt gesagt habe, da kann ich mich fast nicht entscheiden. Ich habe dann einfach fünf rausgeschmissen, obwohl die auch auf meiner Liste sein können. Zum einen, Inglourious Basterds. Ah, Tarantino, ja. Tarantino hätte eigentlich, habe ich gedacht, es muss einen Tarantino-Film auf meiner Liste Eigentlich haben wir auch keinen Paul-Tomas-Anderson-Film, das ist auch so schön. Ja, Punch, Punch, Strong, Love. Ja, ich hätte wahrscheinlich... Ist tatsächlich mein Lieblings-Paul-Tomas-Anderson-Film, auch wenn der nicht so bekannt ist wie man die anderen. Ich glaube, weil er zwischen diesen beiden epischen, schweren Filmen gelandet ist, so. Ja. Also hast du eben fantastische... Also man könnte es fast als Romantic Comedy bezeichnen, die düsterste Version davon, wie man sich vorstellen kann. Ja. In the Mood for Love habe ich noch drauf. Das ist halt das chinesische, romantische Drama von Wong Kar-Wai. Ja, stimmt. Fehlt natürlich auch. Auch ein fantastischer Film, der, glaube ich, auf der BBC-Liste sehr weit oben ist und der auch eigentlich einer meiner Lieblingsfilme ist. Aber ich habe ihn erst einmal gesehen, weswegen habe ich ihn jetzt noch nicht auf meine Top Ten gesetzt. Ganz kurz noch, auch ein sehr unterschätzter Film, Unbreakable von Nenai Chamalai. Finde ich auch einen Superhelden-Film, bevor es einen Superhelden-Film gab. Ja, den habe ich auch sehr lange nicht gesehen. Das war wieder... Ja. Oder Four Lions. Kennst du Four Lions? Ja. Ja. Der eigentlich auch irgendwie ein kleines Juwel ist. Und Wes Anderson, den wollte ich eigentlich auch drauf haben. Ich habe The Royal Tenenbaums. Royal Tenenbaums ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Ja, aber mir ist es Judge Ealing Limited. Beziehungsweise mein Lieblingsfilm von dem ist eigentlich Rushmore, aber der passt nicht in die Zeitperiode. Ja, okay. Aber ja, klar. Den hätte ich auch gern drauf gehabt. Tenenbaums habe ich nur einmal gesehen. Muss ich nochmal gucken. Und A History of Violence hat es auch ganz knapp an meiner Liste vorbeigeschaut von David Cronenberg. Ja, mir sind auch viele Filme aufgefallen bei mir, die ich noch gar nicht gesehen habe, die jetzt auf der Liste dabei sind, die die BBC veröffentlicht hat. Ja. Okay, wir haben nochmal die Liste ausgepackt, die die BBC veröffentlicht hat und wollen nochmal durchgehen, wer eigentlich da auf Platz 1 bis 3 oder bekannte Filme, die da gewonnen haben, auf Platz 3 ist, von dir gerade eben schon erwähnt, nur ein anderer Film von Richard Paul Thomas Anderson, There Will Be Bloods. Ja. Ein Film über den Ölboom in den grünen, letzten Jahrhunderten. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Der ist auch ziemlich fantastisch. Auf Platz 2 ist In the Mut for Love, wie bei mir auch auf meiner, also der fast auf meiner Liste gelandet wäre. Und auf Platz 1 ist Mulholland Drive von David Lynch. Ja, das finde ich ganz interessant, dass auf dieser Liste auch ein paar Filme sind, die, als sie rauskamen, gar nicht so beachtet wurden. Ich glaube, als Mulholland Drive rauskam, haben viele so gesagt, okay, es ist halt ein David-Lynch-Film, aber ist jetzt nicht unbedingt sein bester Film oder so und so im Laufe der Jahre ist er immer weiter angestiegen in den Listen der Menschen. Ich habe ihn seitdem, glaube ich, nicht gesehen. Ich fand den auch großartig. Habe ich auch nicht gesehen. Du hast ihn gar nicht gesehen. Ich habe alle drei Filme nicht gesehen und musste jetzt echt nachhören anscheinend. Ja, also Mulholland Drive ist ein super Film. Ich habe den halt wirklich nur einmal gesehen, deswegen ist er jetzt nicht, ich bin eigentlich ein großer Fan von David Lynch und möchte den auch mal wieder sehen. Also Twin Peaks alleine, ne? Wir können auch nochmal gucken, also Chihiro ist auf Platz 4, Boyhood hatten wir eh nicht, Richard Linkleider hat. Ja, Echernal Sunshine of Swatis Mides auf Platz 6. Tree of Life, dann E.E.R. 1 and the 2, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. A Separation habe ich aber gesehen. Der ist auch, finde ich, auch verpasst. Der ist ziemlich gut, aber ich habe dann andere Filme. Henry for Old Man, Joe, Coen Brothers, Inside Llewyn Davis, Zoliath von Fincher, Children of Man hatten wir dabei. Es gibt ein paar Übereinstimmungen auf jeden Fall. Aber auch ein paar komplette Außenseiter, die wir nicht irgendwie kennen oder beachtet haben. Ja. Vielleicht Mavic Theory Road hier auf Platz 19. Das ist auch relativ weit oben auf Platz 19. Schon interessant, ja, dass der da auf jeden Fall dabei ist. Das ist so ein neuer Film und so ein Actionfilm. Also Franz Labyrinth steht hier auf Platz 17, den habe ich mir auch überlegt. Komisch, den habe ich gesehen und mochte ihn nie. Echt? Ja. Da müssen wir mal anderem mal drüber reden. Vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken. Das ist vielleicht so ein Film, wo ich dachte, ja. Das Weiße Band, ein deutscher Film, ist dabei. Der ist ziemlich gut von Michael Haneke. Das ist tatsächlich, ich glaube, der neueste Film auf der Liste ist auch ein deutscher Film, nämlich Toni Erdmann. Ja. Den habe ich vor kurzem erst gesehen. Ja. Fand ich großartig. Okay. Von Marien Arde. Ich gucke mir nichts mit anfangen. Das ist echt, du hast ihn auch noch gar nicht gesehen. Nee. Der Trailer, der hat mir auch nicht gefallen. Aber der Film ist richtig cool. Okay. Schauen wir mal. Also der ist wahnsinnig lustig. Und echt sehr cool. Finde ich interessant, dass der, ich glaube, in vielen Teilen der Welt lief der noch gar nicht und hat es trotzdem schon auf die Liste geschafft. Das ist schon ziemlich cool. Kann man schon sagen. Also ist natürlich schwierig, so eine Liste zu machen. Total. Aber ja, also für jeden, der sich für Film und für Filmkunst interessiert, ist es, glaube ich, spannend, sich die Liste mal anzuschauen. Total. Und einfach so ein paar Filme rauszupicken, die man vielleicht schon lange mal sehen wollte. Genau. Also vielleicht erst mal mit unserer Liste anfangen. Da sind ja auch schon einige gute Kandidaten bei. Und dann kann man das alles finden im Internet, was diese Liste angeht. Vielleicht sollten wir auch mal einen der paar Filme gucken, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Vielleicht ich besonders. Oder du aber auch. Die Top 3. Ja, na gut, die Top 3. Was weiß die BBC schon? Was wissen 166 Länder schon? Na, mal gucken. Ich werde schon noch alle Filme angucken. Irgendwann bin ich soweit. Ja. Das könnt ihr jetzt auch machen. Genau. Wir machen Schluss für heute. Aber... Und schickt uns doch gerne, wenn ihr Lust habt, sowas zu machen, schickt uns doch eure Liste. Ja, eure Top 10. Wenn ihr auch eine Top 10 gemacht habt. Wir haben, glaube ich, beide unsere Listen auch bei Letterboxd. Das ist so eine Film-Social-Network. Oder du wirst deine wahrscheinlich noch draufstellen. Ich stelle alles nochmal online, ja. Ich habe meine da schon draufgestellt. Meine Top 15. Ich arbeite noch eine meiner Top 100 und möchte die eigentlich noch vollenden. Aber die Top 10 kommt erstmal raus. Genau. Also Letterboxd ist so eine Art Film-Nerd-Social-Network. Da machen wir beide öfter. Schreiben wir da irgendwie so Kurzkritiken zu kommen, die wir gucken. Das posten wir wahrscheinlich noch. Und wenn ihr selber Listen habt, dann schickt die uns. Genau. Auf Letterboxd könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn euch interessiert, was wir so schreiben. Wo ihr uns noch folgen könnt, ist auf Twitter. Ja. Unter David Koslowski. Und... At Adrian Vom. Auf Facebook, Soundcloud. Überall. iTunes. Unter Dreck und Gold. Bei iTunes wäre es echt cool, wenn ihr Lust habt, mal eine Bewertung zu machen. Wir sagen das nicht nur so. Ihr könnt das wirklich machen. Ja, also es ist wirklich... Es ist einfach gern gesehen, weil wenn ihr das, was ihr hört, gut findet, dann könnt ihr das dadurch weiterempfehlen, noch mehr anderen Leuten daran teilhaben zu lassen. Ja, das wäre sehr cool, wenn ihr da auch nur einen Satz schreibt. Das würde uns total freuen. Ja. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.